Hello there. Liebe Freunde, herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die sechste Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind ... Sorry, ich war kurz essen. Das geht mit Helm nicht. Äh, Alper ... ... und Jonas, die Stifflinge eures Vertrauens. Wir werden mit euch jede Folge Szene für Szene durchsprechen. Außerdem gehen wir auf die zugrunde liegende Lore ein, auf Kameraarbeit, Sounddesign, Technisches, Story, Figuren, Dramaturgie, alles Mögliche. Und am Ende der Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir die ganze Folge so im Großen und Ganzen fanden. Die nächste Folgenbesprechung kommt nächsten Donnerstag. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um das nicht zu verpassen. Aber wieder mit Lenni. Aber dann wieder mit Lenni, genau. Heute bin ich nur zur Vertretung da. Aber wir haben heute ein paar wundervolle Fragen mitgebracht zu dieser sechsten Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Welche Fragen sind das, Jonas? Du hast schon angeteasert, dass du viele lustige Fragen hast. Starte doch mal mit einer lustigen Frage. Nee, du startest. Okay. Ich hab zum Beispiel die Frage, wie haben die Macher hier die Fans verarscht? Weil Alper hat da gestern ... Ist da gestern was auf die Spur gekommen? Ah, deswegen, ja, das stimmt, ja. Das wird sehr witzig. Mhm. Wer sind all diese Cameos heute? Das beantworten wir auch. Ja. Außerdem, was hat diese Folge mit Helena von Troja und der griechischen Mythologie zu tun? Bin ich sehr gespannt. Zu tun. Heißt die Serie bald The Man DeLorean? Wo bleibt die gute Musik? Welches Filmklischee steckt hinter dieser Folge? Welches literarische Klischee steckt hinter dieser Folge? Was steht da auf Aura Bash? Warum sucht Din auf dem Planeten der Kampfdroiden nicht nach einem Ersatzteil für IG-11? Kleiner Scherz am Rande, es gibt keine Antwort auf diese letzte Frage. Okay. Ich hab ein paar Kommentare aus der letzten Folge mitgebracht. Ja. Insgesamt drei Stück. Dorian Flavit hat geschrieben, kommt mir das nur so vor, oder wird Lenny mit jeder Folgenbesprechung breiter? Ja, jetzt in dieser Folge auch, natürlich. Feinde der Sonne hat geschrieben, die Pilotenjacke ist die eigene vom Schauspieler. Es geht um Käpt'n Tewa. Da haben wir letzte Folgenbesprechung drüber gesprochen, dass der so coole Aufnäher hat. Genau, die ist von ihm, die er sich früher für ein Cosplay gemacht hat. Bei einem Interview hat er damit angegeben, dass die als echtes Filmprop durchgehen würde, was er dann beweisen sollte. Mega cool. Finde ich auch ziemlich cool. Und Chris Chris hat geschrieben, noch ein Hinweis, Easter Egg, auf dem Strandplaneten, dessen Namen übrigens Adelphi ist, deshalb Adelphi Rangers. Ah, okay. Saß in der Bar auch Dave Filoni, inklusive sein Cowboy-Hoot. Cowboy-Hoot? Ich hab heute irgendwas mit den Hüsten. Dave Filoni inklusive seinem Cowboy-Hoot. Deborah Chow und Rick Famuyiwa, welche auch früher schon Gastauftritte als X-Wing-Piloten hatten. Und die auch schon verschiedene Episoden inszeniert haben. Vor allem, das war die Szene, in der man auch Sepp sah, ne? Genau. Ja, an dieser Stelle auch. Ich hab mich sehr drüber gefreut als Rebels-Fan. Ja. Wirklich sehr, sehr cool. Ich dachte immer, das wäre so eine Sache, der, okay, gut, in Rebels ist es natürlich eine sehr beliebte Figur, aber der kann in Live-Action nicht gut aussehen. War ich zu 100% gesehen, ich fand den megagell. Cool. Ich fand den extrem cool. Freut mich. Hab mich sehr gefreut. Ja. Und wir haben auch öfters schon in den letzten Folgen über die Bücher gesprochen und haben uns ein paar Tipps gewollt, welche Star-Wars-Bücher ganz gut sind. Aus den Legends, oder? Beides. Ja. Also, ich hab immer gehört, die besten Bücher kommen aus den Legends. Mhm. Die Kanon-Bücher sind okay. Front-Trilogie und so, ja. Genau, ich hab jetzt die Front-Trilogie aus den 90ern angefangen. Mhm. Ach, sehr cool. Und ich find's bisher interessant. Es haut mich aber noch nicht so vom Hocker. Okay. Aber es ist ja auch das erste Buch, so bis zur Hälfte ungefähr. Ja, vielleicht musst du noch weiter reinkommen. Ja. Sollen wir in die Folge reinstarten? Ja, sehr gerne. Ganz for Hire. Genau. Die Söldner. A.K.A. die Cameo-Folge. Ja. A.K.A. die CSI-Folge. A.K.A. die Detroit Become Human Blade Runner Asimov I Robot Science Fiction Folge. Genau. Aber vielleicht nicht in ganz so gut wie alles, was du gerade genannt hast. Dazu kommen wir gleich, wie wir sie fanden. Aber es ist das erste Mal, dass mit ganz for Hire kein W im Titel ist. Normalerweise sind Mandalorian-Folgen ja immer W so und so. W so und so. Ja, vor allem es gibt... Auf Deutsch heißt es ja die Söldner. Bitte? Warum haben die das nicht genannt? The Söldner, so wie auf Deutsch. The Soltans. The Mercenaries. Aber ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass kein W im Titel ist. Mit ganz for Hire. Regie hat Bryce Dallas Howard geführt. Ja. Die man vor allem ja auch als Tochter... Von den Ronnies kennt. Von den Ronnies kennt. Als Tochter von Ron Howard. Sie hat ja auch zum Beispiel in Jurassic World in der Reihe mitgespielt. Oder auch in einer fantastischen Folge und sehr creepigen Folge von Black Mirror. Oh ja. Und sie hat auch schon in Staffel 1 und in Staffel 2 Regie geführt. Hat sie nicht auch in Black Mirror die Folge inszeniert? Das weiß ich nicht auswendig, aber das kann gut sein. Ja. Drehbuch war der gute Jon Favreau. Der ja quasi der Mandalorian-Mann ist. Er ist The Man DeLorean. Ja. Und ja, dann sollten wir in die Folge schauen. Ich wollte noch eine Sache vorab sagen, die ich persönlich äußerst interessant fand. Für alle, die... Ich hab jahrelang früher immer so gestruggelt damit zu verstehen, wie eine Folge, wie ein Film, wie eine Serie dramaturgisch aufgebaut ist. Also ich finde, viele sagen so ganz oft, ja, der dritte Akt von dem Film und so weiter ist Murks oder was auch immer. Ich finde, es gibt keine Serie der Welt, keinen Film auf der Welt, der bei dem so klar erkennbar ist, wie in Mandalorian, wann ein Akt aufhört, wann ein Akt beginnt, wie die Folgen strukturiert sind, was da eigentlich im Drehbuchhandwerk dramaturgisch gemacht wird. Ich finde, man kann das hier in dieser Folge wirklich so punktgenau immer analysieren und klar erkennen, okay, hier passiert das, hier passiert das, hier passiert das. Sagst du das dann auch in der Folge sprechen, so Halt, Stopp! Kann ich gerne machen, aber es ist eigentlich super offensichtlich. Also Akt 1 und 3 sind klar erkennbar beim Herzogspaar, das spiegelt sich auch, sorry, das spiegelt sich auch exakt, also Akt 3 geht rückwärts Akt 1 nochmal entlang und zeigt halt, ne, das, was in Akt 1 aufgemacht wird, wird dann in Akt 3 irgendwie zugemacht. Und Akt 2 ist dann komplett auch bei Nacht, allein daran ist es schon erkennbar, wann hier Akt 2 ansetzt und halt diese Droidenjagd bei, ja, bei Nacht in dieser Stadt, wo es dann so Richtung Blade Runner mäßig wird. Also würdest du nur sagen, es ist schon alles ein bisschen formelhaft? Ja, absolut, 100 Prozent. Also das ist aber auch eine Sache, die ich Mandalorian schon in Staffel 2 und Staffel 1 attestiert habe. Es ist ja nicht prinzipiell was Schlechtes. Ich meine, das ist ja ein bewährtes Konzept eigentlich. Das stimmt auch. Aber es kann dann auf die Dauer, kann es sich halt repetitiv anfühlen. Absolut, wenn es keine Ecken und Kanten hat, wenn es dann wirklich immer nur nach diesem Schemata abläuft, dann kann das tatsächlich ein bisschen ermüdend sein, ist meine Meinung. Aber wir können das ja gleich im Detail innerhalb der Folge besprechen. Und auch am Ende auf jeden Fall, wenn wir dann ausführlich darüber sprechen, was wir an der Folge gut fanden und was nicht. Okay, dann starten wir in die Folge rein mit dem Intro. Und nach dem Intro befinden wir uns im Midrim, wo die Mandalorianer unter Ex-Wolves einen Auftrag für die Vizekönigin von Mon Calamari ausführen. Quasi im Prinzip, die ganze Szene ist so ein Star Wars Romeo und Julia, mit dem ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe es genannt, ähm, A Star Wars West Side Story. A Star Wars West Side Story. Ja. Wir starten mit einem wunderschönen Quarren-Schiff. Das Modell war mir nicht bekannt. Ich glaube, das ist auch komplett neu für die Serie erstellt worden. So weird rötlich, ne? Genau. Und es sieht so ein bisschen aus wie die Köpfe von den Quarrens. Stimmt. Zu den Quarrens, über die Spezies haben wir schon öfters gesprochen. Oft. Die kommen vom Planeten Mon Cala und leben dort eigentlich friedlich zusammen mit den Mon Calamari. Wobei man auch sagen muss, dass es da immer wieder Spannungen gab. Und es gab auch einen Bürgerkrieg, der zum Beispiel in Star Wars Clone Wars erzählt wird, wo dann unter anderem Anakin Padme, Captain J. al-Akbar gegen die Separatisten und die Quarrens kämpfen. Und sogar ein paar Gungans kommen noch mit rein ins Spiel. Und deshalb ergibt die Liebesgeschichte auch durchaus Sinn. Deshalb hat es mich auch so an Romeo und Julia erinnert. Oh, 100 Prozent. Ich meine, zwei verfeindete Lager. Eine verbotene Liebe. Eine verbotene Liebe. Ja. Ist wie bei uns. Auf jeden Fall ist wie bei uns, Jonas. Ein Hausacher und ein Deutsch-Türke vereint vor einer Kamera. Das Lied von Mante und Maultaschen oder sowas. Oh Gott. Als Wasserspezies mögen die Quarren natürlich Wasser. Ja, deshalb macht es auch durchaus Sinn, dass die Kapitänin auf diesem Schiff in so einem schicken Wassertank verweilt. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Bagda-Tank. Und dachte mir, ja klar, die Quarren kann ja unter Wasser, braucht sie dieses Sauerstoff-Ding nicht, was man sonst unter einem Bagda-Tank hat. Aber ich glaube, das ist einfach nur zum Entspannen und Schillen. Ja, das ist quasi so ihr Luxussitz hier auf dem Raumschiff. Ja. Weil das Spannende bei den Quarren ist auch, die müssen auch immer wieder ihre Haut befeuchten. Das sind quasi wie ... Deine Mutter. Wie ein Neurodermitiker. Ach so. Nein. Aber ja, vor allem, ich fand's auch witzig, wie halt so ein Space-Margarita reingebracht wird. Mit so einem Fisch drin. Und das einfach in den Bagda-Tank so gekippt wird. Warum macht man's dann in so einem fancy Glas? Aber es ist cool. Ja, es ist cool. Ich will gar nicht beschweren. Ich mag so kleine Bits zum Worldbuilding, wo es einfach so ein bisschen absurd wird. Das fand ich witzig. Ja. Ja. Diese Kapitänin, die Quarren-Kapitänin, die heißt Shugoth. Und bei Shugoth hat's bei mir direkt geklingelt. Ja, natürlich. Lovecraft. Genau, das klang für mich nach H.P. Lovecraft. Es gibt nämlich ein Monster namens Shogoth oder Shugoth. Nee, Shogoth oder Shogoth. Nenn's nicht Monster. Ja. Das ist ein großer Alter. Ja, aus dem Cthulhu-Mythos. Und dieses Monster kam übrigens auch zum ersten Mal in die Berge des Wahnsinns vor. Deshalb, wann macht mal jemand diesen Film über die Berge des Wahnsinns? Ja, seh ich auch so. Und wir sehen dann ein, also sie treffen auf ein ziemlich fettes imperiales Schiff. Das ist ein sogenannter Command Cruiser. Von dem man übrigens auch gar nicht wusste, ob dieses Ding überhaupt landen kann oder ob es wirklich nur im Weltraum unterwegs ist. Aber in dieser Folge sehen wir ja, es kann landen. Ja, also damit auch wieder mal was Neues gelernt. Es ist genauer gesagt ein Klasse-546-Kreuzer, der auch schon im Finale von der zweiten Staffel auftaucht. Ja. Es ist ein Klasse-546-Kreuzer, das muss man wissen. Und er hat diese Lichtgeschwindigkeit 3,5. Aber, also, da hab ich mich auch lustig drüber gemacht, ich hab's ja nachgesehen. 230 Meter lang, Crew, Doppelpunkt, 750 Personen, hat normalerweise Vorräte für drei Monate und kostet, wenn man sich so einen Spaß gönnen möchte und kann, 5 Millionen Kredite. Hast du dich gerade über mich lustig gemacht und gesagt, wie lang das Raumschiff ist? Nein, wieso? Und wie viele Leute da drauf passen? Nein, wieso? Was? Nein? Ich find das interessant. Ich auch. Der Quarren-Offizier sagt übrigens davor, dass er einen Weg gefunden hat, die Handelsrude von Trask zu umgehen. Die Handelsrude. Die Handelsrude. Und Trask, den kennen wir als den Wasserplaneten aus Staffel 2, wo unter anderem auch Quarren versucht haben, Din und Grogu abzuziehen. Ja. Und genau. Ich musste mal gucken hier in meine Notizen. Es gibt auf jeden Fall so eine Kontaktaufnahme. Also die beiden Schiffe sprechen miteinander. Die Quarrens sind auch erst mal, ich nenn's mal demütig oder vorsichtig. Beziehungsweise bevor die mit denen sprechen, sind die auch erst so, können wir das Schiff besiegen oder können wir es nicht besiegen? Was ich auch sehr interessant finde, weil die sehen, es ist ein imperiales Schiff, was einfach nochmal dafür spricht, dass das Imperium, beziehungsweise das Restimperium nicht mehr diesen Ruf hat, was es früher mal hatte, weil sie quasi schon so überlegt, ja, ich könnte jetzt auch das Schiff zerstören, wenn es nicht so stark ist. Aber funktioniert ja noch nicht. Aber du hast recht, sie ist dann auch sehr demütig, als sie dann sieht, was es für ein Schiff ist. Absolut. Und man hört zuerst die Stimme und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war erst mal, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von der Serie, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ah, das könnte jetzt Moff Gideon sein. Aber ich lag natürlich komplett falsch. Ja. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Ich hatte einfach das Gefühl... Weil es das Schiff von Moff Gideon war. Ja. Aber es sind Heldenrohre. Aber ich meine, es gibt ja durchaus Sinn. Das Ende der letzten Folge war ja quasi dieser Lambda-Frachter, in dem Moff Gideon ursprünglich mal war und der jetzt komplett leer war. Also von der Erzählung her hätte es ja passen können. Ja, das stimmt. Ähm, Moff Gideon nenn ich ihn auch. Moff Gideon. Es sind aber Helmlose... MF Gideon. MF Gideon. Es sind aber Helmlose Mandalorianer. Genauer gesagt, die zwei Gesichter sollten einem bekannt vorkommen. Der eine ist nämlich Axel Wolfes. Axel Wolf. Axel Wolf. Axel Wolf. Axel Wolfs. Und Cosca Reeves. Genauer gesagt, die Schauspieler Simon Cassianides und Sascha Banks, die ja auch, glaube ich, Wrestlerin ist, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Ja? Ich glaube schon, ja. Ja. Cosca ist ja auch unverkennbar allein schon wegen der Braids. Das ist ja, also das ist natürlich was sehr Besonderes an ihr. Die so über die Stirn drüber gehen. Genau. Das war wohl auch von Anfang an irgendwie das Ziel, da auch für Cosplayer einfach mal was Neues und was Besonderes zu bieten. Ganz ehrlich, ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich das sehe, kriegt man dann nicht vollständig so fettige Haare von, wenn das so über die Stirn drüber geht? Ich habe keine Ahnung. Man darf die nur nicht zu eng machen, sonst wird man geköpft. Skalpiert. Was? Man darf die nur an seinen eigenen Haar. In Staffel zwei traf Din Djarin zum ersten Mal auf andere Mandalorianer, nämlich genau auf diese zwei plus Bo-Katan. Auf Trusk. Auf einem Schiff der Quarrens, also wo Quarrens drauf waren, genau. Reeves hat Grogu damals aus dem Mamakor gerettet. Also das ist ja auch eigentlich ganz clever geschrieben, weil du willst ja, wenn du auch sowas schreibst, überlegst du dir ja, okay, wie können wir, ohne es klipp und klar zu sagen, ah, ihr seid doch die, die ich auf Trusk getroffen habe, wie schaffst du es irgendwie beim Publikum direkt zu, dass es funktioniert, dass man sich an die erinnert und das Interessante ist halt, dass man die damals in Kombination mit Quarrens gesehen hat zum ersten Mal. Und jetzt natürlich deine Erinnerungen eher angezappt werden, wenn du sie jetzt wieder im Kontext mit Quarrens siehst. Aber glaubst du, das war Absicht bei der Serie? Oder glaubst du, es war vielleicht auch nur ein Zufall? Nee, ich glaub, das ist Absicht. Aber ich will's jetzt, vielleicht war's auch eine glückliche Fügung, vielleicht war's Zufall, aber es ergibt halt Sinn und das ist eigentlich auch, eigentlich sind das so elegante Wege, wie man halt so Clunky Exposition nennt man das, wie man so ungelenke Exposition, also Sachen erklären, 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 einfach umgehen kann. Ex-Wolfs spricht übrigens auch davon, dass ein neuer Vertrag auf Plasier 15 wartet, das heißt, wir haben jetzt quasi schon den Planeten so ein bisschen etabliert für das Spätere der Folge. Mir ist gerade was aufgefallen. Ex ist Bo-Katans Ex. Aber die waren ja nicht zusammen. Ja, aber die waren unterwegs zusammen. Die sind ja die Night Owls und er ist quasi ihr Ex-Night Owl. Also am Ende der Folge ist er nur noch Wolves. Ja, genau, ja. Die Verhandlungen scheitern, weil die Vizekönigin von Moncala die Mandalorianer schon angeheuert hat und Vizekönige und Vizeköniginnen vertreten auch in unserer Welt Monarchen und Monarchinnen, wenn die ihre Pflicht nicht ausüben können, das heißt jetzt aber nicht, dass die unbedingt krank sind oder sowas. Es gab zum Beispiel auch Vizekönige und Vizekönigin einfach dann in weit entfernten Kolonien oder sowas, dass die quasi, dass du nicht immer auf ein Befehl warten musst oder auf ein Kommando von einem Land, das einfach mehrere Wochen entfernt ist. Ja. Shugoth hat nämlich den Sohn der Vizekönigin in Klammern, in Anführungsstrichen, entführt, weil die beiden ein Pärchen sind. Das war super süß. Star Wars Love. War ja auch so ein bisschen weird. Ja, ein bisschen weird. Du meinst, wenn die sich so mit dem Tentakel dann so... Also, es ist ja schon, es sind ja unterschiedliche Spezies. Ja. Okay, darüber will ich jetzt nicht urteilen, aber er wirkte auch so ein bisschen sehr... Alper, was ist für dich, mit welcher außerirdischen Spezies, die du aus irgendeinem Science-Fiction-Universum kennst, würdest du am ehesten eine Beziehung eingehen? Sind Twi'leks nicht so bekannt für körperliche... Ja, und sie können tanzen. Ja, ja. Also, vielleicht würde ich mich wirklich für Twi'leks entscheiden. Okay. Interessant. Ja, oder für einen Xenomorph. Ist ja auch geil. Ja! Ein Facehugger. Ein Facehugger. Ein Dickhugger. Okay, gut. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, ich muss aufhören. Ich wollte noch darüber sprechen. Also, erstmal, die Mandalorianer sagen, ja, ist uns wurscht. Es ist zwar süß, aber ist mir eigentlich egal. Wir haben halt einen Auftrag und dann greifen die Mandalorianer auch an. Genau. Ich wollte noch was sagen zu diesem Helm-Credo der Kinder der Watch. Ja, das du eben auch gebrochen hast. Genau. Das ist ja... Eigentlich finde ich das irgendwie ziemlich cool. Wir wissen ja, dass prinzipiell jeder Mandalorianer werden kann. Grogu soll ja wahrscheinlich auch jetzt bald mal einer werden. Ja. Und ich hab mich so gefragt, was vereint die Mandalorianer? Sie haben ja... Also, da gibt's ja so zwei Fraktionen. Ich find das halt irgendwie sehr, sehr cool, dass man auf der einen Seite halt die Kinder der Watch haben. Die halt... Da gibt's ja keine gemeinsame Genetik. Das ist ja kein Volk oder so, das irgendwo zusammen in irgendeiner Region lebt oder auf einem Planeten oder sonst was. Alles, was sie haben, ist ja der Kodex. Und wenn sie einander erkennen, wenn sie da verteilt sind in der Galaxis, ist es ja nur der Helm. Während halt so Leute wie Ex-Wolves und Bo-Katan, die halt von Mandalore kommen, die halt auch wirklich was Verbindendes haben. Nämlich, dass die halt miteinander sich fortgepflanzt haben, also irgendwo auch Blutlinien und Clans haben und wo es halt mehr so um Genetik geht und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl durch das Volk. Die brauchen natürlich sowas nicht, wie so ein Gesicht mit dem Helm oder sowas. Und deswegen fand ich das ja auch schon irgendwie cool gedacht, weil es ja auch eine Parallele irgendwie zu unserer Gegenwart ist. Wenn man irgendwie als Ausländer in einem Land aufgewachsen ist, wie ich jetzt zum Beispiel als Türke in Deutschland, ist es ja auch immer die Frage so, was verbindet mich eigentlich mit dieser Heimat, die tausende Kilometer weit weg ist, in der ich eigentlich nur halt mal zum Urlaub oder sowas bin, aber in der ich nie wirklich gelebt habe. Und das finde ich halt hier schon irgendwie sehr, sehr cool auch gelöst. Und das ist irgendwie eine coole Parallele, finde ich. Ja, ich finde die Mandalorianer sind auch mit die interessanteste Gruppierung so in ganz Star Wars. Und ich denke mal auch, deshalb gibt es überhaupt diese Serie, weil die einfach so spannend sind. Ich denke auch. Ja. Wenn man übrigens in Cosca zwei Buchstaben tauscht, hat man Kuxa. Das fand ich auch irgendwie witzig. Wenn man in Costa zwei Buchstaben tauscht, kommt man auf Costa. Costa Cordalis. Genau. Genau. Der beste Sänger der Welt. Genau. Intro. Auf die Brücke kommt ja dann der Mon Calamari gestürzt. Ja. Er bekundet ja seine Liebe, die beiden verabschieden sich voneinander und sie streichelt ihn dann mit ihren Tentakeln. Mhm. Und ja, wie fandst du die Liebesgeschichte denn an sich? Fandst du das schön oder hat es dich eher rausgerissen oder hat es dich eher genervt oder hast du gedacht so, hm? Bevor oder nachdem ich meine Hose wieder hochgezogen habe. Nee, es war ... Mittendrin. Es war, es war, ähm ... Wie ich diese Liebesgeschichte fand. Ja. Es ist ein altbekanntes Muster. Das ist dieses literarische Klischee von Romeo und Julia. Allerdings auch, ähm, ich fand's durchaus interessant. Auch wenn's mich irgendwie an Star Trek erinnert hat. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Weißt du an welche? Ich bin überhaupt kein Star Trek Fan und, boah, es ist wirklich, es gab diesen ... Kannst du dich noch an diesen einen Podcast zurück erinnern, wo du über Star Wars gemacht hast, wo du quasi die ganze Zeit nur Wortwitze gemacht hast? Ja, das war für mich witzig. Ähm, ja, aber es hat mich irgendwie an Star Trek erinnert und ich kann dir nicht so hundertprozentig sagen, warum. Ja, da gibt's sauviele Liebesbeziehungen. Es gibt ja auch berühmte Szenen, in denen Figuren, die irgendwie auch aus unterschiedlichen Fraktionen oder was auch immer kommen, sich auf irgendeiner Brücke küssen oder so. Ähm, vielleicht hat es mich deswegen daran erinnert. Also, das hatte so sehr krasse Star Trek-Vibes auf jeden Fall. Ohne, dass ich mich jetzt wirklich mit Star Trek auskenne. Ja. Gut, dann, äh, Intro hast du ja schon gesagt. Guns for Hire. Und dann reisen wir auch schon nach Plasier 15 auf den Raumhafen, wo Din und Bo-Katan ankommen, um mit Ex-Wolves und den Mandalorianern zu sprechen. Und theoretisch hätte die Folge hier schon innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt sein können. Ja, wenn sie einfach so hingeflogen hätten. Aber, äh, ich hatte direkt eine Frage. Ähm, ich, als ich die Folge, ich musste, okay, pass auf, Full Disclosure, als Feststand, dass, äh, Lenny heute leider nicht kann und ich einspringen sollte, ich meine, das wissen wir jetzt schon seit einer Woche oder so, Ich hatte, ich war gar nicht so aktuell mit The Mandalorian. Irgendwie nach der zweiten Folge hat es mich irgendwie rausgehauen. Ich habe mir gedacht, ich gucke das dann irgendwann alles an einem Stück. Ja. Ähm, ich musste dann relativ kurz alles hintereinander dann, äh, gucken. Und hatte mich gefragt, war das klar, dass jetzt Din und Bo-Katan und Gugu zusammen reisen? Nee, ich habe das verstanden, dass nur Bo-Katan quasi diese Missionarin ist. Ja, genau. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt am Anfang. Hätte man nicht zumindest mal kurz irgendwie erklären können? Oder hätte die Schmiede nicht irgendwie sagen können, ja, Din, geh mal weg? Beide kommen jetzt auch mit. Ja, genau. Nee, aber das stimmt, das war so ein bisschen überraschend auch. Wenn wir nicht drüber nachdenken. Genau, Plasio 15 ist komplett neu. Sieht aber ganz nett aus. Ich finde, da könnte man vielleicht schon mal wohnen. Ja. Wir sehen die Flotte der Mandalorianer, die aus zwei Gosanti-Kreuzern besteht, die um die 200.000 Credits kosten. Aus einem 546 Kreuzer, der, wie du gesagt hast, 5 Millionen kostet, 5 Krück-Klasse, äh, Komrück-Klasse-Jäger. 5? Waren das nicht 6? Ich habe 6 gezählt. 7, sorry. Waren 7? Manchmal sage ich 5 und da steht 7. Manchmal sage ich, Biologie ist es Physik. Was? Ja, manchmal funktionieren, Worte funktionieren nicht so. Manchmal hören funktioniert nicht. 7, Komrück-Klasse-Jäger, die 190.000 insgesamt kosten. Ich habe das mal alles zusammengerechnet. Das sind diese Komrück-Klasse, das sind diese Gauntlets, ne? Das sind diese. Ja, die sind cool. Ich mag die. Ja, ich muss da leider immer an Silicon Valley denken, wenn ich die sehe. Warum das? Weil es gibt diese super absurde Figur in Silicon Valley. In der Serie Silicon Valley, ja. Ja, genau. Wo es einen Milliardär gibt, der so stolz drauf ist, dass er Milliardär ist. Aber er ist gerade so Milliardär. Und er hat halt nur Autos, wo die Türen zur Seite aufgehen. Also nicht normal aufgehen, sondern einfach so besonders aufgehen. Und irgendwann, ja. Ich musste halt immer dran denken, das wäre halt so ein Schiff, das er auch nehmen würde, weil die Flügel gehen hoch und runter und sowas. Ja, wenn man es gesehen hat, ist es sauwitzig. Wenn man es gesehen hat. Ja. Insgesamt ist diese Flotte also 6,7 Millionen Credits wert. Nicht schlecht. Alter, voller. Ja. Ne? Ich habe überhaupt keine Relation. Ich habe mal auch geguckt, ob es so einen Umrechner gibt. Credits in Dollar. Ja. Und es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Aber manche sagen, es ist eins zu eins. Ein Dollar ist ein Credit. Okay. Aber es kommt noch immer darauf an, ist es ein imperialer Credit oder ein republikanischer Credit. Was ich noch witzig fand, als sie auf dem Planeten landen, kommt so eine Willkommensbotschaft. So eine schöne Fanfare. So eine automatische, ja und dann so eine automatische Ansage. Herzlich willkommen auf Plasier15. Sie werden hier das Paradies erleben, bla bla bla. Erinnert mich so an SMS, die man bekommt, wenn man deutsche Grenzen verlässt, also wenn man ins Ausland fährt. Ja, Plasier15 wird bezeichnet als die letzte direkte Demokratie am Outer Rim, quasi das Schweiz von Star Wars. Ja. Und der Begriff direkte Demokratie wird auch noch so oft in dieser Folge fallen. Ja. Und dann übernimmt die Regierung das Schiff, die Kontrolle über das Schiff. Und ich saß da und dachte mir, was? Ist das so ein Traktorstrahl? Das ist eben kein Traktorstrahl. Und ich frage mich, warum sie nicht einfach einen Traktorstrahl verwendet hätten. Dann hätten, glaube ich, viele nicht einfach so mit dem Kopf geschüttelt. Also ich habe, vermute ich, war ich der Einzige, der sich dachte, warum geht das einfach so? Aber seit Endorf wissen wir, dass Traktorstrahlen nicht unbedingt immer so gut funktionieren. Das stimmt. Aber warum hat das Imperium nie so diese Technologie benutzt? Die waren so dumm. Ja, also das ist ja, also das eröffnet so eine Büchse der Pandora an Fragen und Unlogischkeiten. Aber okay, ich argumentiere jetzt mal dagegen. Das wurde jetzt halt danach entwickelt, Alper. Naja, natürlich. Ja, aber warum hat man nicht immer einen Traktorstrahl benutzt? Mach doch einfach Traktorstrahl und dann brauchst du das nicht nochmal irgendwie zu erklären. Das gibt es in Star Wars schon und Problem gelöst. So eröffnest du ja. Ja, egal. Ja, der Hangar, wo sie landen, ist menschenleer. Anscheinend steigt drin die Party. Also dieser ganze Raumhafen ist auch komplett leer. Ja. Also da sind nicht irgendwelche Leute. Nur zwei Droiden begrüßen sie. Eine imperiale R-Einheit und eine RA-7-Einheit. Das sind diese Insekten-Droiden, die vor allem als Spione eingesetzt wurden. Weil ich hab mir dann auch mal den Artikel durchgelesen von den, diesen, ich fass das zusammen, die können richtig gut hören und richtig gut sehen und in der Nacht sehen und deshalb sind die gute Spionage-Droiden. Krass. Und. Batman-Droiden. Und noch ein mega Fun-Fact dazu. Die Vogue-Coder dieser Einheit wurden aus billigen Teilen hergestellt. Deshalb hören sie sich beim Sprechen so mechanisch an. So blechern? Ja. Ja, spannend. Genau. Dann fragt aber die auch schon, was imperiale Droiden überhaupt auf einer unabhängigen Welt machen. Ja. Was ja schon spannend ist. Und dann fahren sie mit der sogenannten, mit dem Hyperloop, mit dieser Bahn. Ich hab gesagt, das ist, oder mir gedacht, das ist eine Rohrpost für Menschen. Ja, genau. Und ich wundere mich, wieso in dieser Staffel die ganze Zeit Bahn gefahren wird. Es wird erstaunlich viel Bahn gefahren. Ja, das ist quasi so ein Star-Wars-Beitrag zur Verkehrswende. Ja, zur Klimawende, ja. Bo und Din müssen dann aber auch ihren Identifikationscode scannen lassen. Und wir hatten ja schon in den letzten Folgenbesprechungen gesprochen, dass irgendwie alles jetzt nach dem Imperium trotzdem noch immer sehr, sehr, sehr bürokratisch vonstatten geht. Und genau, Din ist direkt ... Es wird noch, ich will noch grad sagen, es wird noch argumentiert mit dem Coruscant-Abkommen, mit Paragraph 9 des Coruscant-Abkommens. Coruscant-Accords. Ja. Weißt du, was das ist? Nee, das ist aber auch relativ neu. Das wird auch schon mal, glaube ich, in der dritten Folge mit Dr. Pershing erwähnt. Ja. Die Coruscant-Accords. Und das sind wahrscheinlich dann einfach quasi so, das ist die, das Grundgesetz der Neuen Republik, würde ich jetzt mal sagen. Oder so das Bürgergesetzbuch der Neuen Republik. Okay. Also mehr als 3000 Jahre zuvor gab es übrigens auch einen alten Vertrag von Coruscant, aber damit hat es nichts zu tun. Ja. Und Din ist direkt paranoid und sagt sowas, wie denkst du, wir müssen uns den Weg freischießen? Ja, das nennt man. Das ist schon zu viel für Foreshadowing. Das ist ein klarer Hinweis darauf, was im dritten Akt passieren wird. Und die drei Freunde kommen in die Residenz, ich hab's mal Residenz genannt, von Plasir 15. Ich fand das auch gar nicht so unclever erzählt. Ich finde, wenn man alles, wenn man an einen Ort kommt, so, ne, denken wir mal filmisch, in dem alles weiß ist, also wirklich alles, wo es so klinisch rein und weiß ist. Und wo es auch so wirklich so nette und angenehme Musik läuft. Genau. Da ist ja der erste Gedanke, den man normalerweise hat, okay, irgendwas wird hier versucht zu verstecken. Niemand ist so. Und alle sind so fröhlich und freundlich und sowas. Man denkt sich so, na, 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 da muss irgendwas faul sein. Allein hier wird ja schon angedeutet, dass es einen ganz, ganz düsteren Twist geben könnte. War ich hundertprozentig sicher. Aber, ob's den geben wird, das erfahren wir dann später. Ja. Der düstere... Spoiler, nein. Der düstere Twist ist, der hat was mit dem Namen des... Den Nachnamen des Schauspielers zu tun, der jetzt auftaucht. Black. Achso. Ja. Hä? Warum? Düster, weil Black düster. Ja, ja, ich verstehe, aber... Ja, es hat eigentlich nur damit zu tun, dass der eine Kameo den anderen Kameo nicht mag und deswegen Mist gebaut hat. Egal. Kommen wir gleich zu. Ja. Ja. Ja, es ist Jack fucking Black. Jack Black. In einer Star-Wars-Serie. Ja. Und Lizzo. Neben ihm Lizzo. Ja. Ich kannte die Frau schon von Plakaten hier, weil sie in Köln, glaub ich, mal aufgetreten ist. Ich hab mir nie angehört, was sie gemacht hat. Sie ist Rapperin. Ich schon. Und ich hab gestern ein bisschen reingehört und ehrlich gesagt, ich find das gar nicht mal so scheiße. Ich find's ziemlich cool sogar. Ja, bin ich voll bei dir. Es hat voll den... Es ist voll funky. Das Lustige ist, sie ist, du hast es gerade schon gesagt, eine Rapperin, Sängerin und Flötistin. Ja. Ich kenne die nämlich nur in dem Kontext, dass... Ich hab irgendwelche Storys gesehen oder Reels mit ihr, wo sie irgendwelche krassen Flöten spielt. Hm. Querflöten. Ja, scheinbar auch sehr... Ist sie auch sehr bewandert im Flötenspiel und hat auch bei diversen... Irgendwie in ganz großen Orchestern und so mitgespielt. Also, sie ist scheinbar sehr, sehr fähig. Weil, ich muss sagen so, ich will nichts dagegen sagen. Ich hab auch Flöte, ich hab Blockflöte lernen müssen in der Grundschule. Sag jetzt nichts gegen Flöten, Jonas. Ich find Flöten schon hart uncool. Ach, Jonas. Aber ich mein, ich find, so wie sie das macht, sie bringt auch die Coolness rein. Flöten sind an und für sich cool. Ja. Möchte ich für Flöten in die Presche springen. Ich find, sie hat einen sehr, sehr außergewöhnlichen Look. Sie hat so ein, das sehen wir dann später, sie hat hinter sich so ein sehr... Hologramm, ne? So ein Hologramm von so einem Blumenbuki oder was auch immer das sein soll. Hinter sich herfahren, ne, mit einem gewissen Abstand, was ja auch sehr eine Bold Fashion Choice ist, wie man in Paris so sagt. Mit TikTok sagt. Ja. Sie sieht so ein... Mich hat sie erinnert an die Herzkönigin aus Alice im Wunderland. Ja. Aber das Ding ist ja auch, dass sie bei Auftritten so... so extravagante Klamotten trägt. Deshalb, vielleicht hat sie einfach nur in ihren Kleiderschrank greifen müssen und sagt, okay, das zieh ich für Star Wars. Ja, heute bin immer vorbereitet, selbst wenn ich für Star Wars was drehen muss. Aber ja, zwei wirklich krasse Cameos. Was ich dann auch schön finde, ne? Sie ist die Herzogin und Jack Black ist ja quasi so ihr Mann. In einer direkten Demokratie. Interessant, dass die beiden so an der Spitze stehen. Irgendwie. Ja, ja, genau. Darüber machen sie sich ja auch selber so ein bisschen lustig. Sie sagen ja also gewählt und royal gleichzeitig. Also, das ist ja schon irgendwie sehr weird. Am Tisch sitzen außerdem verschiedenste Spezies. Wir sehen, ich hab einen Rodianer entdeckt, Trandoshaner, Solustaner. Dann den mit dem langen Hals, das sind Itorianer. Und genau, alles ist weiß eingerichtet. Aber alles auf dem Tisch und auch die Klamotten der Leute sind bunt. Und ich fand's auch noch interessant, im Hintergrund standen Wachen. Hast du die gesehen? Äh, ja. Die hatten Stormtrooper-Rüstungen an. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die hatten Stormtrooper-Rüstungen an und darüber so bunte Klamotten und, ähm, ja. Also, umfunktionierte Stormtrooper wahrscheinlich. Ja. Ohne Helm. Also, ne? Wahrscheinlich so in dieser Welt argumentieren die das so. Ja, das ist Recycling. Ja. Aber so insgeheim finden die, glaub ich, das Imperium schon auch so ein bisschen geil. Ja, aber das ist ja auch hier wieder, wird dir wieder was angedeutet, dass hier halt, ne, was passiert, was aber dann im Endeffekt leider nicht so ganz erfüllt wird. Was ich sehr, sehr, sehr schade fand da an dieser, schade fand an dieser Folge. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, Jack Black heißt Captain Bombardier. Ja. Was auch ein cooler Name ist. Das klingt auch wie so eine Funkband. Das ist Captain Bombardier? Ja, schon so ein bisschen, das stimmt. Ähm, und er sagt, ich hoffe, ihr mögt Sekretionen. Und ich dachte mir, das klingt eher nach einer Orgie als nach einem Essen. Ja. Das ist mir übrigens auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass die alle am Tisch von diesem komischen Vieh oben in diesem Gefäß quasi die Sekretionen trinken. Ja, ja, genau. Das ist saueklig. Das ist saueklig, aber auch sauwitzig. Und ich hab mir vorgenommen, sollte ich jemals in meinem Leben eine Orgie veranstalten, was ich für unwahrscheinlich halte, aber werde ich alle Leute begrüßen mit, ich hoffe, ihr mögt Sekretionen. Ist das dann quasi sowas wie, wenn man eine Kuh anschließt und quasi von jedem Euter auch so ein ... Hm? Nee, ich glaub, das funktioniert nicht so gut. Was? So eine Eugier. Was? Ja, weil du musst ja irgendwo Flüssigkeit rausbekommen oder willst du Sekretionen herbekommen. Ich bring das. Ich möchte aber noch ein, zwei Sachen sagen zu Jack Black und zu Lizzo. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mir das noch eingebildet habe, ich finde, die hatten nicht so die gute Chemie zusammen. Also ich hab das hier nicht so abgenommen. Und ... Ich sag's ganz offen, ich finde, Lizzo ist ... Ach Gott, es tut mir so leid, weil ich, das scheint ja wirklich, ich kenn sie auch erst seit gestern, das scheint ja wirklich eine krasse Künstlerin zu sein. Unglaublich talentierte Person. Schauspiel? Hm. Ja, und Jack Black war ja halt auch wieder so drüber. Ich finde nämlich, alles, was mit den beiden zu tun hatte, hat für mich eher wie so ein SNL-Sketch gewirkt. Also ich meine, ich glaube, viele haben auch, das hab ich schon teilweise in den sozialen Medien mitbekommen, viele haben ja auch kritisiert, dass das irgendwie sich anfühlt, als würde Disney halt alles wieder gleich machen. Also es hätte sich angefühlt wie ein Guardians of the Galaxy in Star Wars oder halt irgendwie sowas wie ... Stimmt, ja. Oder sowas wie ein Thor 4. Ja, also ich fand das auch sehr befremdlich. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich Jack Black sehe, aber das ist auch, ich fand's so krass, wie sehr man gemerkt hat im Zusammenspiel, wie sehr er Lizzo an die Wand gespielt hat. So leid's mir tut, ähm, aber ja. Ich bin auch großer Fan von Jack Black. Ich finde, einer der Filme, wenn man, wenn man, wenn man gerade nicht so gut aufgelegt ist, den man schauen muss, ist School of Rock. Das ist für mich so einer der ultimativen 4-Gruppen-Movies überhaupt. Ja. Ich wollte noch sagen, ähm, hast du mal den Film, ich hab grad nachguckt, von 1976, äh, Logan's Run gesehen? Wie heißt der auf Deutsch? Flucht ins 23. Jahrhundert. Ich glaub, ich hab den gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Sind da nicht, war das nicht auch so einer der ersten Filme, wo so ansatzweise so Computer-Effekte angesetzt wurden? Ja, 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 also definitiv. Also, es ist so, ähm, also, da geht's auch um, äh, Kuppelstädte, in denen alles perfekt ist oder zu sein scheint. Und Leute kriegen halt von Anfang an, ähm, eine gewisse Lebensdauer vorgeschrieben. Also, man wird getötet, wenn man 30 Jahre alt wird. Ich glaub, ich hab den gesehen, aber es ist ewig her. Genau, und dann geht's aber auch so, äh, Leute, die halt vor diesem System fliehen. Und dann geht's so, dann geht's auch um den Typen, der so rausgeht und, äh, außerhalb. Weil, ich muss sagen, der Film ist auch sehr formulärisch und ich find den auch so ein bisschen überbewertet, um das ganz vorsichtig zu formulieren. Ich hätte den auf Deutsch eher genannt Flucht ins vierte Jahrzehnt, weil man mit 30 getötet wird. Ja, das stimmt, ja, das ist, das ist wahr. Ähm, aber das ist, also, das ist auf jeden Fall, erinnert das sehr, sehr stark hier an die ganze, an Plasier 15. Mhm. Ja. Genau. Ich musste aber auch sagen, also, Disney sagt immer wieder, ja, aus den Legends, das ist nicht cool, das ist nicht cool, das ist doch irgendwie komisch oder so. Also, komischer als das? Sicher? Sicher? Nicht unbedingt. Ich würd dann doch lieber sowas wie die Yuuzhan Wong oder sowas aus den Legends sehen. Diese Spezies, die von außen kommt und plötzlich die ganze Galaxis bedroht. Also, sowas würd ich eigentlich schon seit, schon immer, sowas wollt ich schon immer bei Star Wars sehen. Das wär auch mal was komplett Neues. Ich sag's auch immer wieder, ich hoffe einfach, dass meine Loren so ein bisschen die Sequel-Trilogie überschreibt. Ja, aber, naja. Take a little sip, sip. Take a little sip, sip. Sagt er noch. Ja, und er sagt auch, wir müssen jetzt den Banta im Raum ansprechen, was ich eine sehr schöne Redewertung fand. Die war lustig, ja. Die übrigens ursprünglich aus dem Russischen kommt. Elefant im Raum. Elefant im Raum. Also nicht Banta im Raum, sondern Elefant im Raum, sorry. Echt? Ich wusste das nicht. Gut, Jack Black sagt, dass er mal imperialer Anlagenplanungsoffizier war und ebenfalls durch dieses Amnestie-Programm, wie Dr. Pershing, nach Plasir 15 kam. Ja, er hat ja auch dieses schicke A-Symbol quasi hier auf der Brust, das ja alle diese Amnestie-Offiziere ausweist. Und ich hab mir dann gedacht, Anlagenplanungsoffizier, klingt erstmal so richtig lame. Ja. Was ist, wenn dieser Mann dabei geholfen hat, den Todesstern zu bauen? Also, das ist ja eine Anlage. Auf jeden Fall. Dann ist er eigentlich, ne? Ich meine, dann hat er es richtig gut geschafft, jetzt zu seiner Strafe zu entkommen. Allerdings. Obwohl er einfach eine Waffe gebaut hat, die Planeten zerstört. Ganz alderan. Ja, die Herzogin fragt nach dem Baby und als sie mit dem Fisch wackelt, springt Grogu auch direkt zu ihr. Und die beiden haben sich sehr gern. Von Anfang an. Ich muss sagen, ich sag das immer, ich mag das nicht, wenn Grogu springt. Ja. Sorry, ich hab hier ein Haar gesehen von mir auf unserem Grogu hier, der in unserer Mitte sitzt. Ja, es ist, äh, doch, ich find's lustig. Ja. Du bist, du bist kontra, ich bin pro. Ja. Ich bin, äh, ich bin Grogu-Hasser. Ich nicht. Plasir 15 darf kein Militär haben, wegen der imperialen Vergangenheit von Captain Bombardier. Ähm, darum haben sie auch die mandalorianische Kriegsflotte angeheuert. Und Bukatan sagt, dass sie mit diesen Seidnern sprechen möchte, aber natürlich, natürlich müssen sie dafür erstmal einen Quest erfüllen. Natürlich. So wie jedes gute Spiel funktioniert. So wie jede zweite andere Mandalorian-Frage. Genau. Und der Herzog und der Käpt'n schicken, äh, die Herzoginnen und der Käpt'n schicken die beiden in den zweiten Akt mit einem Auftrag. Der Auftrag besagt, es gibt hier Droiden, die eine Fehlfunktion haben, immer wieder und immer wieder, obwohl sie laut Captain Bombardier für friedliche Zwecke umprogrammiert wurden, was ihm selbst seine Frau nicht glaubt. Und ja, wie wir dann später erfahren, waren das mal Kampfdroiden. Sehr, sehr schöner Callback zu den Prequels und zu zum Beispiel Clone Wars. Ja, ich mag's eigentlich auch. Und auch ein bisschen Callback zu Din an sich, weil seine Heimat wurde ja ausgelöscht quasi von Kampfdroiden. Und die haben jetzt quasi erst zu dem gemacht, was er jetzt ist. Dazu will ich aber gleich auch noch was sagen, weil ich sehr überrascht war darüber, wie wenig traumatisiert Din zu sein scheint. Da hätte man ein bisschen mehr mitmachen können. Vor allem waren das ja auch Superkampfdroiden. Ja, das waren die B2. Genau, genau die. Und dann, äh, ja, es macht nichts mit dem. Und das finde ich halt wirklich, wirklich schade und irgendwie nicht durchdacht geschrieben. Aber es ist die Cameo-Folge, Alper, die muss ein bisschen fein sein. Ja, genau. Ja, gut, gehen wir, sie gehen zusammen auf den Balkon. Da werden weiter von diesen Problemen berichtet, von Verkehrsunfällen, technischen Fehlern und Übergriffen, die wir alle später ja auch sehen, ne, show don't tell. Ähm, Axe und Co. könnten sich um die Droiden kümmern. Sie sind ja stark genug, aber die Verfassung verbietet Militär in der Stadt. Und selbst das Sicherheitspersonal darf nicht einmal Blaster tragen. Die Mandalorianer hingegen dürfen Waffen tragen, weil es Teil ihrer Kultur ist. Warum? Aber die, warum, ich höre mir jetzt gerade das auf, ich versuche das mir gerade zu erklären. Aber Axe ist doch auch Mandalorianer, ist doch auch Teil seiner Kultur. Er dürfte doch, warum darf er nicht mit den Waffen da rein? Dann gibt das Argument für ihn nicht. Weil sonst funktioniert die Folge nicht einfach. Das stimmt. Ja, du hast recht, aber das ist ein bisschen weird. Das ist mir, also, habe ich gerade irgendwas, habe ich gerade irgendwas falsch gedacht? Ne, eigentlich nicht. Das ist ja das, was sie sagen. Ihr dürft, das ist Teil eurer Kultur, ihr dürft hier Waffen tragen. Aber das angeheuerte Mandalorianische Militär, das ist doch auch Teil der Kultur. Ja, aber vielleicht ist, nee, es ergibt keinen Sinn, aber vielleicht, weil die halt angeheuert sind, ist das was anderes? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber, ne, du hast recht, das ergibt nicht so wirklich Sinn, wenn man das so... Komisch. Aber Bo-Katan lehnt erstmal den Auftrag ab und so funktioniert ja auch Drehbuchschreiben. Du kriegst den Auftrag und dann sagst du erst nein und dann wird argumentiert und argumentiert und dann versteht man auch, worum es da eigentlich geht und was die Gefahren sind, um Spannung aufzubauen. Und am Ende sagst du doch, ja. Das ist eigentlich ganz, ganz superklassisch. Und um auch nochmal auf das zu einzugehen, was du gerade gesagt hast, dass es so wenig traumatisierend ist für den. Er hat dann auch so einen flotten Spruch auf der Lippe. You had me at battle droids. Ich muss sagen, ich fand das fantastisch. Weil, also, das ist ja auch so ein Witz, der im Deutschen entgeht. Auf Deutsch ist es, bei Kampfdroiden sag ich nicht nein, oder sag ich nie nein. Ähm, das ist ja, also dieses You had me at battle droids ist ja eine Anspielung auf Jerry Maguire. Mit Tom Cruise, also mit, also eine der besten Rollen von Tom Cruise, die es gibt. Da sagt nämlich, äh, da hält er so eine ewig lange Rede gegenüber, äh, Renée Zellweger. Und, ähm, sagt ihr halt, dass er sie liebt und dass er sie schon immer geliebt hat. Und warum und wieso und Jesus und jenes. Ähm, und sie sagt, stop, shut up, irgendwie so, you had me at hello. Das ist eigentlich so eine der, das ist auch eine der bekannt, berühmtesten Filmzitate überhaupt. Ne total, äh, romantische Line. Und, äh, you had me at folgende Besprechung. You had me at battle droids, fand ich schon tatsächlich sehr witzig. Aber auch so sehr albern. Aber ja, trotzdem, here we are. Sollen wir in den Matrix-Raum? Ja, in den Matrix-Raum, ich hab, cool, cool. Also, du sagst Matrix-Raum, ich hab geschrieben, Sicherheitszentrale. Sicherheitszentrale. Ich hab's Matrix-Raum genannt. Oder den nächsten Cameo-Raum. Genau. Wen sehen wir da, Jonas? Wir sehen Doc aus Zurück in die Zukunft, äh, Christopher Lloyd. Und der gute Mann ist inzwischen 84 Jahre alt. Und hier ist er quasi der Sicherheitschef von Plasier 15. Kommissioner Hellgate. Er berichtet, dass ... Cooler Name. Ja, auf jeden Fall. Aber wird nicht wie Hellgate wie Höllentor geschrieben, sondern anders. Sondern ganz anders. Mit einem L und A-I. Äh, die Droiden sollten auf Karfen, Karton, auf Karton verschrottet werden. Und diesen Planeten kennen wir, denn da hat Dean in Staffel 2 Mix Mayfield engagiert. Also, äh, Bill Burr. Ja, das war auch ursprünglich mal ein Gefängnisplanet des Imperiums. Und genau mit Schrottteilen von hier wurde da ursprünglich der zweite Todesstern mitgebaut. Ja, Mix Mayfield übrigens, sorry. Ja. Aber der wurde dann quasi abgeworben und musste seine Strafe dann nicht mehr verbüßen. Genau. Ja, und er berichtet, dass alles super lief, ne, bis es einen Zwischenfall gab. Oder beziehungsweise bis es mehrere Zwischenfälle gab mit den Droiden. Also, dann sehen wir einen Droiden, der Müll herumschmeißt. Also, das war dieser erste Zwischenfall. Ja. Dann sieht man, ähm, später auch, wie ein Droide so ein Auto gegen die Wand fährt, wo ich wirklich lachen musste, weil das so albern aussieht. Ja. Also, nicht jetzt als Kritik, sondern ich fand einfach, das war so ... Das ist euer Problem. Aber es sah sauwitzig aus, wie man einfach ins Auto setzt, losfährt und einfach zack gegen die Wand. Ähm, erinnert mich übrigens alles auch krass an Detroit Become Human. Das ist ein wirklich, ähm, also, wie ich finde, fantastisches Spiel. Ich mochte es sehr, ähm, mag aber auch diese Story-lastigen Spiele, wo man einfach nur Entscheidungen trifft und verschiedene Abzweigungen hat und so. Aber genau darum geht's ja auch eigentlich in Detroit Become Human. Stimmt es, dass das im Deutschen Düsseldorf bekomme Menschen heißt? Düsseldorf bekomme Mensch. Bekomme Mensch, ja. Und Burkatan stellt eine sehr berechtigte Frage. Warum soll man, warum kann man die nicht alle abschalten? Ganz genau. Aber die Bürger haben in dieser direkten Demokratie nun mal dagegen gestimmt. Weil faul. Weil faul, nein. Also, weil die Bürger halt durch diese Roboter nicht mehr arbeiten müssen, durch die Druiden. Ja. Das ist natürlich ein sehr schöner Umstand. Es ist quasi die Vorgeschichte von WALL-E. Das stimmt, aber es ist eventuell auch die Vorgeschichte unseres Planeten. Weil so mit einem monatlichen Grundeinkommen, mit Fortschritten in der Robotik und mit künstlichen Intelligenzen und so weiter, wäre ja das Best-Case-Szenario, wenn irgendwann Human Labor, also menschliche Arbeit, gar nicht mehr notwendig ist. Ja. Aber ja, das ist natürlich alles Zukunftsfantasie. Ähm, ja, Bo-Katan will eine Liste. Die sollen ja einfach sich um alle Druiden kümmern, die Fehlfunktionen haben. Und dann werden sie eine Ebene tiefer geschickt, um mit den Agnords zu sprechen. Ja. Ich habe übrigens noch zwei Sachen übersetzt. Ja. Auf den Bildschirm. Ja. Da ist ein bisschen Aure-Bash, das habe ich übersetzt. Da steht Kamera 7709-739. Und ich habe rausgefunden, das ist die Artikelnummer eines bestimmten Schuko-Steckers. Also wahrscheinlich nichts. Keine Bedeutung. Und im Hintergrund sieht man auch ein Logo, wo draufsteht Plasier 15 mit so einer Kuppel drüber. Fand ich schön designt. Ja. Und noch eine Sache. Eine Sache. Ich fand es irgendwie geil, wie ironisch Christopher Lloyd, also Captain Hellgate, die ganze Zeit von dieser Gesellschaft von Plasier 15 spricht, wo niemand arbeiten muss, außer er. Das stimmt. Ja gut, und seine Angestellten da, ne? Ja. Aber ja. Sie können sich auch ein bisschen verstehen, warum er das machen wollte. Alle können so tun und lassen, was sie wollen, aber er muss die ganze Zeit malochen. Absolut. Agnords gibt es seit Star Wars Episode 5. Aber wir kennen einen ganz bekannten Agnord, der auch in dieser Folge noch erwähnt wird. Nämlich, wie spricht man ihn aus? Ich habe mir das nicht gemerkt. Quill? 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 Quill. Peter Quill. Ich glaube Quill. Quill. Der starb bei dem Versuch, Grogu zu beschützen. Das ist eine kleinwüchsige Spezies vom Planeten Gentis. Gentis? Ich habe gerade gedacht, du sprichst von Grogu. Das ist eine kleinwüchsige Spezies. Das ist auch eine kleinwüchsige Spezies. Ja, diese Agnords sehen aus wie Schweine und gelten als sehr loyale und fleißige Arbeiter. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Ich wusste auch nicht, dass die Agnords heißen, bis ich damit mich beschäftigt habe. Weil ich weiß auch nicht, wie alle Spezies heißen auswendig. Bei Agnords wusste ich das nicht. Und gestern bei der Front-Trilogie kam die vor. Da habe ich mich gefreut. Ja, sehr cool. Nice, musste ich nicht nachschlagen. Haben eine Sprache aus Grundslauten, aber manche sprechen auch Basic, wie wir ja auch später sehen werden. Und während der Klonkriege arbeiteten einige Agnords auch im Jedi-Tempel, was ich auch sehr interessant fand. Und was auch noch spannend ist, die kommen zwar vom Planeten Gentes, viele sehen aber in Cloud City auf Bespin ihre wahre Heimat. Und man sieht zum Beispiel auch, du hast es ja schon erwähnt, die kamen in Star Wars 5 vor. Zwei davon, von den Agnords, helfen dabei, Han Solo in das Karbonit einzufrieren. Ah, ich habe mich schon gefragt, wo genau das vorkommen soll. Okay, wunderbar. Weil auf der Recherche habe ich mich dann nicht weiter damit befasst. Okay, wo genau in Episode 5 kam die vor? Aber cool. Gut zu wissen. Ja, und dann gibt es so eine kurze Fahrstuhlfahrt. Dean sagt, siehst du, was passiert, wenn man Droiden vertraut? Das Problem ist, okay, ich mache hier mal so ein bisschen dieses Fass auf. Wir sehen diesen Flashback, ich weiß nicht, ob es Staffel 1 oder 2 war. Wir sehen diesen Flashback, wo Dean eigentlich herkommt. Ja, ich glaube, das ist das Ende von der ersten Staffel. Ja, glaube ich, kommt, klingt richtig, ja. Ja, wir sehen B2-Superkampf-Droiden, die seine ganze Heimat zerstören und seine Eltern killen und die ihn verstecken. Warum ist das in seiner Gegenwart nur so ein Gag? Das ist so, siehst du, was passiert, wenn man Droiden vertraut? Droiden sind Kacke. Du Opfer. Und er steht nachher in dieser Folge vor einer Armee von B2-Superkampf-Droiden. Ja. Und es lässt ihn völlig kalt. Ich meine, wir haben ja schon diese Trauma-Flashbacks gehabt von Grogu in dieser Staffel und auch von ihm. Ja. Ja. Warum gibt es das dann nicht? Warum wird das nicht ernst genommen? Stimmt, darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht. Warum wird diese Figur nicht ernst genommen? Und mich, also klar ist Mandalorian irgendwo auch eine, sie soll natürlich unterhalten und witzig sein und auch leichtfüßig, das ist mir schon bewusst. Aber wenn du das doch daraus, wenn du das schon erzählst, dass es so ein krasses Trauma für ihn war, also das ist, ich meine, seine Eltern sind von diesen Viechern gekillt worden. Warum lässt ihn das so kalt, die dann in echt zu sehen? Ich verstehe es nicht. Also warum ist das nur so die Basis für so einen Gag? Siehst du, was passiert, wenn man Droiden traut? Aber vielleicht ist er einfach ein echter Mann, weißt du? Ach Gott. Aber ja, also nee, das ist wirklich so eine Sache, die mich aus irgendeinem Grund sehr, sehr genervt hat. Ja, nee, vor allem nur, weil es ein bisschen verschenktes Potenzial ist. Total. Was eh in dieser Folge, die eh schon so ein bisschen eher weirder und witziger war, was dem, glaube ich, ganz gut getan hätte. Es hätte dem so ein bisschen Tiefe verliehen. So Tiefe, die mir wirklich in Staffel 3 vor allem, also in Staffel 1 und 2, man kann jetzt auch nicht davon reden, dass es eine besonders tiefgründige Serie ist und Himmels Willen will sie ja auch gar nicht sein. Aber so in Staffel 3 fehlt diese Tiefe, finde ich. Weil durch diese Traumata und durch diese Flashbacks und so weiter wird diese Tiefe ja dir gegeben oder zumindest vorgegeben in der ersten Staffel. Und in Staffel 3 ist halt, ist das komplett weg und das finde ich sehr, sehr schade. Also da finde ich wirklich, man hätte vielleicht in die Drehbücher einfach noch so ein bisschen mehr Zeit und mehr Liebe stecken können. Das bin ich der festen Überzeugung. Ja, John, hättest du dir mal hier die Folgenbespräche angeschaut. Ja. Wir kommen zu den Verlade-Docs? Ja, nee, also, nee, Werkstatt. Sind das die Verlade-Docs? Die kommen da erst später. Achso, du bist immer noch in der Werkstatt? Achso, ja, die führen doch noch dieses Gespräch. Achso, bist du noch beim Gespräch, okay. Also, da arbeiten, da waren wir doch noch gar nicht, da arbeiten Agnords an Droiden, beachten die Mandalorianer Null, dann sagt Din, ich kannte Queel und alle anderen hören plötzlich auf ihn und dann fand ich es irgendwie interessant, dass die den alle kennen, den sind diesen Queel. Sie sitzen dann gemeinsam am Tisch und trinken Space Tea. Er sagt da vorher auch noch richtig cool, I have spoken, ich habe gesprochen. Und ein Agnord sagt ihnen, diese Droiden haben keine Fehlfunktion und ich habe mich sehr, also, ne, da geht bei mir so ein bisschen das Herz auf, weil man sich dann denkt, oh mein Gott, ein Twist, eine Verschwörung. Jetzt kommen wir diesem Plasier 15 dieser Regierung auf die Schliche. Die Agnords fühlen sich in ihrem Stolz verletzt, weil sie halt ihre Arbeit so perfekt eigentlich ableisten. Und, ähm, da wird eigentlich schon, sie geben ja nie zu, dass die, dass die eine Fehlfunktion haben. Wir erfahren ja später, dass das ja erst später durch diese Droidenbars, ne, passiert. Ähm, genau, und die, äh, Bo-Katan und Din kriegen diese Liste, die sie wollen, also ein Tablet mit den Positionen der kaputten Droiden und, ja, damit sind wir jetzt in der Mitte der Folge, jetzt gehen wir über in die zweite Hälfte. Genau. Ich finde es auch witzig so, dass in dieser Folge Bo-Katan eher gut auskommt mit den Droiden und mit denen argumentieren kann. Ja. Und Din eher mit den Menschen und mit den anderen Spezies. Absolut. Also, die ergänzen sich ja dann eigentlich ganz gut. Absolut, ja. Übrigens, das ist auch hier der Midpoint. Es wird dunkel und, äh, es geht jetzt los zu dieser Jagd. Es gibt einen krassen Wechsel in dieser Folge. Ja, wir gehen nach einer kurzen Bahnfahrt, sind wir bei den Verlade-Docs. Dort ... Darf ich kurz noch was zu dieser Bahnfahrt sagen? Ja. Etwas, was mich stört. Hier wäre eine Epilepsie-Warnung gut gewesen. Es gibt hier wirklich, äh, aufblitzende ... Wird das nicht immer links oben eingeblendet oder so? Ja, normalerweise schon oder vor der Folge. Ja. Hier in diesem Fall nicht und ich finde diese aufblitzenden Lichter, diese weißen, grellen Lichter wirklich sehr, äh, triggernd und, äh, finde ich schade. Aber das nur so als, äh, Randnotiz. Okay. Bei diesen Verlade-Docs transportieren ganz viele B2-Superkampf-Droiden verschiedene Kisten. Mhm. Wir haben mal geguckt. B2-Superkampf-Droiden sind ungefähr 1,93 Meter groß. Mhm. Und ich glaube, Lenny könnte auf jeden Fall gegen so einen Superkampf-Droiden ankommen. 100%. In einem Match. 100%. Bo-Katan hat seit den Klon-Kriegen keine Kampf-Droiden mehr gesehen. Ja, aber ... Aber ja schon. Ja, aber wie war das für dich so nach, äh, ne, Prequels und Clone Wars, jetzt mal wieder Live-Action hochwertig, as it gets, äh, B1 und B2-Kampf-Droiden zu sehen? Also, ich muss sagen, ich bin von den B1-Kampf-Droiden, solange die die Fresse halten, bin ich schon Fan von denen. Also, ich mag so dieses Design davon, aber ich find halt, diese Stimme immer von denen und dass die immer so ein bisschen unbeholfen wirken, das nervt mich so ein bisschen, weil das einfach so, das sind einfach Killermaschinen. Ja, aber ich mein, die wurden immer mehr zu Witzfiguren und Comic-Reliefs, das war ja schon, ja, ja, absolut. Ja, deshalb, und ich mein, ich hab, ich mag die Prequels, ich hab aber auch meine Probleme damit, ich freu mich dann aber trotzdem, wenn ich immer so Elemente daraus nochmal sehen kann. Absolut, also, ich war wirklich, ich war, ich hab geschrien, ich hab, war sehr, ja, nee, ich war aber wirklich sehr, ich hab froh, 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 frohlockt, äh, einfach diesen B1-Kampf-Droiden da in Live-Action zu sehen, ich hab das sehr gefreut. Also, ähm, sogar noch mit der Originalstimme, Matthew Wood, also im Englischen, ähm, fand ich einfach irgendwie extrem cool. Äh, ja, auch wenn die, ne, also, das ist, äh, also, wenn man auch nur 1,4 Sekunden über diese Kampf-Droiden nachdenkt, dann ergibt das ja auch alles irgendwie einfach gar keinen Sinn mehr, das steht ja eh auf einem anderen Blatt Papier, warum müssen die überhaupt sich akustisch miteinander austauschen? Ja. Und, ähm, warum vergessen die mal gerne Zahlen oder Reden flapsig miteinander? Also, es wird irgendwie in-Universe immer so erklärt mit, dass sie ganz schwache Prozessoren haben und billige Massenware sind und so, aber so dumm? Aber so dumm, ja. Und vor allem, wir sind ja auch, die sind ja, also, sie sind ja quasi vermenschlich, sind ja quasi, die denken, agieren, reden, labern ja wie Menschen, ähm, was ja aber auch, äh, ja gut, ist halt einfach so. Ganz anders sind ja die B2-Superkampf-Droiden, die sollen ja ... Halten die Fresse. Halten die Fresse und die sollen, äh, ja, Power haben. Din ist ganz und gar nicht traumatisiert, die Mörder seiner Eltern quasi wiederzusehen. Ähm, und er beginnt auf so Kampf-Droiden einzutreten. Ja. Und, äh, ja. Und er testet sie und das ist auch das Witzige, er tritt gegen den Ersten, passiert nix, er tritt gegen den Zweiten und es passiert nix und beim Dritten dann schließlich, der rastet aus. Genau. Der flieht vor den beiden Leuten und das ist mal witzig, einen B2-Superkampf-Droiden, eine Maschine, die geschaffen wurde, um Leben auszulöschen, wegrennen zu sehen. Ja. Ich möchte aber noch dazu sagen, ähm, die B1-Kampf-Droiden kosten 1800 Credits, die B2-Superkampf-Droiden, wobei ich hab B2 ... Was, 1800 für wie, äh, für die B1? Ja. Ich schau's nochmal nach, ob ich hier hundertprozentig richtig liege. Ja. Und was schätzt du dann, was die B2 kosten? Du darfst, du darfst schätzen. 1800, dann kosten die 5000. Nur 3300. 3300? Ja. 3300. Dann könnten, wenn die Mandalorianer ihre Flotte verkaufen, könnten die mit dem Geld 2030 Superkampf-Droiden B2 kaufen. Nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind nämlich hier der, die Mathe-Folgen-Besprechung. Auf jeden Fall. Ja. Spaß mit Mathe. Und dann beginnt diese Jagd auf den B2-Superkampf-Droiden, der in die Menge läuft. Ähm, spätestens hier wird klar, was so die, äh, die, die filmischen Vorlagen sind. Wir haben sehr starke Cyberpunk-Vibes mit dem Lila und dieser, und dieser Stadt bei Nacht. Blade Runner durch und durch. Aber auch hier, also diese gesamte Story, gerade im zweiten Akt, dann auch später mit dieser Streichholzschachtel, mit diesem Zündbox, ne, und dieser Bar und so. Das ist eins zu eins. Also, das ist wirklich, das ist wie Blaupause abgeschrieben von, äh, Film-Noirs aus den 40ern. Das ist eins zu eins, das. Und diese, diese, diese düsteren Detektivfilme wurden ja auch über die Jahrzehnte immer wieder kopiert und zitiert und Hommage, Hommagen dran, äh, kreiert. Ähm, Blade Runner ist ja eigentlich auch ein Film-Noir gekoppelt mit Science-Fiction. Das ist ja quasi auch das, was Cyberpunk so ein bisschen ausmacht. Ähm, und das ist halt wirklich hier eins zu eins das. Ja. Und das ist halt so, ähm, ich fand das extrem cool. Also, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, so Star Wars mit dem zu sehen und, ähm. Endlich sieht man auch mal wieder so ein paar Leute irgendwie rumlaufen. Ja, das stimmt. Im Vergleich zur letzten Folge, wo nicht so viele Leute zu sehen waren. Ja. Und ich hab das Gefühl, dass auch sehr viel Budget in diese Verfolgungsjagd reingeflossen ist. Auch wenn ich sagen muss, dass, ich fand das schon insgesamt ganz cool, aber ich hatte dann das Gefühl, dass, ich hatte das Gefühl, die sind immer durch den gleichen Gang durchgerannt. Mhm. Also, dass das halt so gefilmt wurde, als dass das jetzt so eine längere Verfolgungsjagd ist durch verschiedene Gänge und sowas, aber dass das immer der gleiche Gang war. Weil, ich hab Schilder. Ja. Also, okay, das ist auch ein bisschen unfair, das dann zu sagen, aber ich hab Schilder teilweise mehrfach da drin gesehen. Ja. In Aurebesch. Und ich hab mal ein bisschen was mitgebracht, was da unter anderem steht. Ach, nice. In dieser Stadt. Es steht, also, ein paar Sachen sind einfach so, das ist gibberish. Ja. Zum Beispiel, Joano Affe oder Umavs. Mhm. Außerdem gibt es ganz viele Qs, also C-O-O-Apostroph-S. Mhm. Da hab ich mich kurz gefragt, hä, was ist Qs? Das ist eine Kette? Nee, das Ding ist, es gibt Kochdroiden. Ja. Da sehen später auch so einen. Einer, der ausgerastet ist, die die immer so hacken. Ja. Die werden C-O-O genannt. Und vielleicht ist das einfach so ein Restaurant von so einem Kochdroiden, das halt Qs genannt wird. Macht Sinn, das sind alles Restaurants. Ähm, man sieht auch irgendwas, was The Orbit heißt. Mhm. Diner, Bar, Nightclub, Open, Spa. Das ist ein bisschen langweilig alles. Ja. Dann gibt es aber eine Sache, da steht Hades Dog. Hades Dog. Ja. Cool. Ja. Dog mit C-K oder mit G oder mit C? Nee, also mit G. Also Hades Hund. Ach, krass. Okay. Kerberus quasi. Kerberus, ja. Der dreiköpfige Hörnwund. Ja. Da gibt es, da steht irgendwo Chicken, aber ohne C-K nur mit K. Okay. Also Chiken. Das ist ein rechter Fehler. Apocalypse. Okay, das ist wahrscheinlich ein Club. Ja. Flaming Lizard. Oh, das ist ein geiles Restaurant. Ja, ein Imbiss. Ja, genau. Das habe ich alles entziffern können. Das ist aber teilweise schwer, weil dann die Streaming-Qualität nicht ganz so toll ist. Ja. Und man das nicht so gut entziffern kann. Ja. Aber ehrlich gesagt, das macht mir fast am meisten Spaß bei den Folgen mit Sprechern. Das ist auch richtig cool. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich werde auch immer besser und schneller. Und teilweise weiß ich schon so, ja, okay. Ah, das ist ein T. Ja, das ist ein A. Das T erkennt man sofort, das F erkennt man sofort und so. Ja, ja. Ja. Also, die Jagd geht weiter. Der Droide schmeißt mehrere Sachen nach ihnen. Das kommt sogar zu einer Explosion. Din nimmt eine Abkürzung durch eine Kantina und fängt den Droiden. Aber Bo-Katan kommt ihm quasi zuvor, rettet ihn und erschießt ihn. Übrigens, man sieht auch in einer kurzen Einstellung bei der Flucht Mofas, die quasi, glaube ich, die Grundversion waren von den Mofas, die wir in The Book of Boba Fett gesehen haben. Ja, das stimmt. Da könnte man sich auch denken, oh nein, kommt jetzt eine Verfolgungsjagd auf Mofas. Aber auch hier sieht man so ein bisschen, das wird gleich gespiegelt, dass hier gerade quasi Bo-Katan Din rettet. Weil das wird dann spätestens in dieser weirden Leichenhalle mit Droiden, wird das dann nochmal umgedreht. Und da wird Din ja Bo-Katan retten. Kommen wir aber gleich zu. Also, sie stehen erstmal vor dieser Leiche, in Anführungsstrichen. Und da kommen direkt so Polizeiroboter. Ja. Die sind ziemlich cool. Das sind sehr starke Blade Runner-Vibes, Film-Noir-Vibes, Detektiv-Film-Krimi-Vibes. Und Bo-Katan findet das Klischee schlechthin. Das Klischee, das Filmklischee überhaupt ist diese Streichholzschachtel. Das Zündpad. Das Zündpad, genau. Das ist hier auf Englisch ein Sparkpad. Und da finden sie halt die Adresse von einer Droidenbar drauf. Übrigens, auf diesem Polizei-Absperrband, weißt du, was da drauf stand in Aure? Was? Caption. Caption? Ja, also Bildunterschrift quasi. Caption. Okay. Hat das vielleicht noch eine andere Bedeutung? Nee, ich hab schon geguckt. Das heißt immer so Überschrift, Unterschrift. Es heißt nichts außer das. Vielleicht ist das einfach so ein Gag, so wie so ein blanker Text. Ja, oder vielleicht war das der Platzhalter. Ja, genau. Den haben wir einfach nicht weggemacht. Ja, kann schon sein, ja. Oder es ist halt ein Platzhalter oder es ist halt auch so ein Gag quasi. Ja, so ein Metagag. Dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall. Genau, und dann sind die im Resistor der Droidenbar. Also ich find's auch einfach witzig, dass Droiden eine Bar brauchen. Aber ich glaub, in Clone Wars gab's ja auch schon mal eine Droidenbar, wenn ich mich nicht irre. Oder irre ich mich? Ich weiß es nicht. Ich hab auch überlegt noch mal, in allem, was ich gesehen hab, mir ist irgendwie nie was wirklich eingefallen. Aber ich muss sagen, ich find, es sollte mehr Droidenbars geben. Ich fand das eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall. Und diese übrigens, diese Zündpads, diese Sparkpads, die sind, glaub ich, komplett neu. Also, dass es so was gibt. Und ich bin mir grad echt nicht sicher, ob ich das irgendwie falsch in Erinnerung hab. Die Droiden chillen doch auch in Clone Wars in einer Bar rum, in einer der schlimmsten Folgen von Clone Wars. Ja, wahrscheinlich hab ich das verdrängt. Es kann sein. Aber es gab ja auch diese Zeichentrickserie, die Droiden, the Droids. Ich weiß nicht, ob's da vielleicht auch schon mal eine Droidebar gab. Schreibt's mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Dann nutzen wir quasi die Schwarmintelligenz. Ja, aber auch das ist ja so sehr Detektivfilm, sehr klischeehaft. Das ist wie, wenn man sonst in eine Rockerkneipe geht oder eine Mafia-Bar, wenn man der Außenseiter ist, der da nicht hingehört. Dann geht man rein und alle drehen sich zu dir um. Oder halt auch so klassisch Western, was ja auch ganz oft in Mandalorian vorkommt. Ja, und sie reden mit dem Barkeeper-Droiden. Wir sehen außerdem noch zum Beispiel auch noch mal so einen Koch-Droiden, eine von den Kuhs. Wir sehen Astromech-Droiden, Protokoll-Droiden, Kampf-Droiden. Alles ist dabei. Ja. Und dann reden sie mit dem Barkeeper. Der wird übrigens gesprochen von Seth Gable. Das ist der Ehemann von Bryce Dallas Howard. Das ist nur so als Funfact. Genau, und Din soll eigentlich die Klappe halten, das ist die Abmachung mit Bo-Katan. Sie will das auf ihre Art lösen, aber er droht ihm direkt. Direkt mit Folter und Schmerzen. Und Bo-Katan rügt ihn, weil sie Droiden besser versteht. Sie sagt, Droiden verstehen nur Logik. Und das sagt sie in einer Bar für Droiden. Aber gut. In einer Bar, die für Droiden kreiert wurde, spricht sie von Logik. Aber egal. Die Droiden haben selbst Angst, dass sie ersetzt werden. Auf Plasir 15 haben sie nämlich eine zweite Chance bekommen. Deswegen wollen sie helfen gegen die fehlgeleiteten Kampf-Droiden. Das ist ja alles wirklich sehr, sehr krass, Blade Runner. Und ich finde, es ist auch mega dystopisch, dass sie quasi auch so hörig sind und so sagen, ey, wir wollen lieber hier quasi malochen, statt verschrottet zu werden. Aber genau, wir sehen halt diese Zweiklassengesellschaft in Plasir 15. Wir haben einmal die Droiden und einmal die Obrigkeit, diese Upper Class, die da in ihren weißen Räumen sitzt mit Stormtrooper-Wachen und Sekretionen trinken. Und ich dachte halt, wann kommt dieser Aufstand, dieser düstere Twist, die Verschwörung? Stattdessen wird halt einfach gesagt, ja, die Droiden sind super happy mit ihrer Situation. Die arbeiten gerne, damit andere da faulenzen können. Fand ich schade, weil ich finde, hier wurde Narrativ eigentlich viel mehr angedeutet. Und das finde ich wirklich ist eine Schwäche, eine ganz, ganz große Schwäche so in der Handlung dieser Folge. Aber gut. Willst du auch mal meine Sekretion trinken, Alper? Nein, danke. Die Droiden trinken aber bestimmte Sekretionen. Auf jeden Fall. Burkatan wüsste nämlich gerne im Hinterraum, was den Droiden gegeben wird und ob es eine Aufzeichnung darüber gibt, wer wann was bekommt. Die Droiden trinken in dieser Bar eine Pente. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Das ist ein Arzneimittel aus der griechischen Mythologie. Das wurde unter anderem zum Beispiel Helena, der Frau von Menelaus, geschenkt. Helena von Troja, die ich erwähnt habe. Die Krieg ausgelöst hat. Genau, die ja irgendwann mit Paris abhaut, um quasi mit ihm zu sein. Und sie bekommt ja auch dieses, dieses eine Pente geschenkt, um quasi diese Beziehung mit Menelaus auszuhalten. Das ist im Prinzip sowas wie ein Vergessenheitstrank. Man sollte das mit Wein mischen und es würde Leiden, Ängste, Kummer und alle Krankheiten vergessen lassen. Aber Wein an und für sich ist doch schon ein Vergessenheitstrank. Ja, das ist dann quasi so, das ist quasi der Ingwer-Shot unter den Weinen. Manche vermuten übrigens, dass es sich, also dass dieser mythologische Getränk, diese Arznei, dass das auch quasi so einen Realbezug hat und dass das Opium gewesen sein soll. Ja. Was das auch nochmal so ein bisschen, dieses ganze Droinenthema einfach nochmal ein bisschen krasser macht. Dass die quasi so ihre Sorgen und Ängste alle in Alkohol ertränken müssen. Ja. Außerdem wird auch gesagt, dass es, also genau. Aber, ne Pente ist auch ein Begriff aus Star Trek. Da ist es ein Planet, dessen Erde heilende Eigenschaften hat. Und William T. Riker, also Jonathan Frakes, lebt später dort. Schön. Das ist sein Wohnsitz. Ne Pente. Ja. Hier ist es ein dickflüssiges Schmiermittel und es enthält, ganz wichtig, programmaktualisierende Subpartikel. Das klingt sau nach Star Trek. Das klingt, ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, da werden tatsächlich damit die Droiden umprogrammiert und alle defekten Droiden, finden sie dann raus, haben von derselben Charge Ne Pente getrunken. Also, hier ist, hier ist was im Busch, damit ist der Übeltäter gefunden und der Grund für die Fehlfunktion. Ja, die beiden gehen dann weiter in die, ich hab's mal gelernt, Leichenhalle. Ja, hab ich auch. Warum gibt's für Droiden so eine Leichenhalle? Weiß ich auch nicht. Warum kommen die nicht einfach direkt in eine Werkstatt? Aber ich mein, das ist halt auch wieder dieses Film-Noir-Klischee, dass man dann die Autopsie macht und die Leiche nochmal untersucht. Ah, wurde sie doch vergiftet, bevor sie irgendwie erschossen wurde? Bla, bla, bla. Ähm, das ist auch wirklich so das Klischee schlechthin. Auf den Türchen sieht man dann auch nochmal Aurebesch und das sind quasi so alphabetisch sortiert dann Buchstaben von A bis Z. Ja. Und eine Laborassistentin hilft ihnen einen, und ein ITO-Verhördroide. Kennst du sie? Die Laborassistentin? Kam sie dir bekannt vor? Äh, ja, die hatte ich, ich hab das gestern nachgeschaut und da hab ich, ich hab's nicht aufgeschrieben, weil, ähm, wo, wo spielt die nochmal mit? Die spielen irgendwas mit, was ich auch gesehen hab. Äh, boah, das weiß ich nicht, aber die ist, ähm, Comedian auf jeden Fall. Ah, okay. Also, in American Pie spielt sie scheinbar mit. Ach, stimmt, American Pie, stimmt, stimmt. Ja, da war's. Genau, sie und der Verhördroide, der jetzt quasi, der ist eigentlich schwarz, aber hier dann so weiß angestrichen, die helfen den beiden. Übrigens diese Verhördroiden, das ist auch so einer, der gegen Prinzessin Leia eingesetzt wurde in Star Wars Episode 4. Ja. Und sie analysieren dann quasi dieses Nepenthe und da kommt dann raus, es sind Nanodruiden enthalten, die das Ganze umprogrammieren. Ja. Und dann testen sie, ob das noch aktiv ist. Naja, also das ist ja, das kommt ja, also wir wissen, na egal, ja, sag mal weiter, ja. Ja. Genau, die testen, ob das noch funktioniert und ja, es funktioniert, weil der Verhördroide rastet komplett aus und greift den Bokatan und die Laborassistentin an. Ach so, war das deswegen? Ich dachte, der Droide ist mehr wie so ein Spitzel, der, als der feststellt, dass die das rausfinden, die einfach direkt killen möchte. Ne, ich hatte das eher so interpretiert, dass sie diese Teile analysieren und das davon halt was irgendwie so, ne, in die Luft kommt und dass er das dann abbekommt. Was? Nicht? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der halt, ne, also dass der auch diese Fehlfunktion eh schon hat die ganze Zeit. Ah, das kann auch sein. Und dann, als er halt feststellt, ah, okay, die finden's gerade raus, die dann killt. Oder versucht zu killen, ja. Ja, also die haben das ja, haben die das erzählt, dass das in die Luft kommt? Ne, aber ich hab das so irgendwie beim Schauen, hab ich mir das so erschlossen. Aber das hätten die doch gezeigt dann. Aber die macht das in die Maschine und sagt, ah, ob das noch aktiv ist und dann. Hm. Sollen wir mal Patrick hinter der Kamera fragen, wie er ist das? Nein, das ist in so einer Zentrifuge. Abspritze? Stimmt, der nimmt das in der Spritze auf. Der nimmt das in der Spritze auf? Geben die dem das? Nein, der nimmt das in der Spritze auf von dem Superkampfdruiden. Und das ist ja quasi in ihm drin, die Partikel in dieser Spritze. Ah! Stimmt! So, ja, so wird ein Schuh draus. Ja, nee, doch, dann hast du natürlich recht, ja. Genau, und dann rastet der aus, läuft Amok und bedroht auch Bukatan, die sich schützen muss. Und ich kriege sie nicht sogar auch so einen kleinen Schuss ab oder sowas? Ja, die bekommen beide irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Schuss. Streifschuss, ja. Aber Din haut ihn dann mit dem Dunkelschwert kaputt. Ich meine, das ist jetzt auch schon mal etabliert für das Ende der Folge dann. Da wird das Dunkelschwert ja auch nochmal sehr wichtig. Genau. Sie analysieren dann daraufhin die Subpartikel und man sieht auf dem Bildschirm unter anderem Schrift in Aurebesch, wo steht Controls, Zoom Level und Scope Active. Sehr cool. Das erinnert ja auch super krass an Blade Runner, ne, mit dieser Vergrößerung für den Bildern. Vor allem auch, wie das auch aussieht, das ist ganz klar. Und vor allem, es kommt dann auch zu dem Klischee schlecht hin, dass sie dann nach vorne geht mit dem Kopf und sagt, hm, eigenartig. Also wirklich, das ist hier so eine Blaupause von Filmen, die 90 Jahre alt sind oder 80. Genau, da ist ein ID-Code im Nepenthe und wir erfahren, dass die Droiden von einer, also dass das von einer Einzelperson bestellt wurde und damit bekommen sie heraus, wer hinter, wer der Übeltäter ist, nämlich Commissioner Hellgate. Ja, man hört übrigens auch noch, dass diese Teile von der Techno-Union, was wie so eine richtig coole Techno-Club oder Techno-Fan-Club klingt. Ja. Das klingt nicht nur saugeil, finde ich, sondern es war auch eine super wichtige Organisation der Separatisten. Ja. Denen gehörte unter anderem Mustafa, der Planet, und die haben quasi die Droidenarmee mithergestellt und zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig hat die Techno-Union aber auch Schiffe und Waffen an die Republik geliefert, was ja auch wieder so verspricht, die haben halt so ultimativ davon profitiert. Ja. Die Techno-Union wurde dann später aber vom Imperium einverleiht. Und immer wenn ich an Techno-Union denke, muss ich an Star Wars Episode 2 denken, mit diesen, ich weiß gerade leider nicht, wie heißt der dann, dieser Robotermann, der sich noch so einstellt, so, die Techno-Union ist auf jeden Fall mit am Start. Geil. So, und jetzt komme ich noch zu einem Easter Egg dieser Folge, der mich viel Zeit gekostet hat, der aber auch mega witzig ist. Ja, davor, davor übrigens, es ist auch noch ein bisschen was im Text, noch ein Easter Egg davor, den ich jetzt nicht so geil fand. Ja. Es ist ganz viel gibberish, also einfach so Buchstabenfolgen, die keinen Sinn ergeben, aber es steht unter anderem auch da Rips, Rib-Eye, Fat, CK, Kevin Shank und Loaf, Sirloin. Code deciphered und search completed. Alles irgendwie essen, ne? Ja, genau. Rib-Eye und Loan ist ja auch was zu essen. Das war doch mal so ein Gag, dass man irgendwas postet und dann ist das einfach, also, das ist ein ernster Post und dann ist das nur das Rezept für einen Kuchen oder sowas. Ich hab jetzt noch was richtig Geiles, nämlich, wir sehen ja das Gesicht von Commissioner Hellgate, das sich in dieser Animation so langsam aufbaut und daneben stehen so vier, fünf, vier oder fünf, ne, es sind vier Zeilen Aura Bash. Und ich hab mich wirklich hingesetzt und auch überlegt, okay, was könnte das bedeuten? Es war nicht so einfach zu übersetzen, weil das Tricky, das Ding ist, die oberen vier Zeilen waren normal, die oberen drei Zeilen, sorry, und die unterste Zeile war spiegelverkehrt. Und ich hab zwischendurch gedacht, was sind das für Symbole? Warum ist das spiegelverkehrt? Ist alles spiegelverkehrt? Das hat einfach, ne, mich ein bisschen Zeit gekostet. Ich konnte es aber übersetzen und es ist sauwitzig, was da steht. Also, es ist schon ziemlich, also es ist wirklich, wirklich witzig. Da steht, wenn man das übersetzt, Also, übersetzt heißt das, was hier steht, bedeutet nichts, wie auch immer Fans das interpretieren möchten oder wie auch immer Fans werden das sicher den Scheiß rausinterpretieren. CSI für immer. Also, da steht auch wirklich CSI F-T-W, also for the win. Ich dachte auch zuerst, weil es spiegelverkehrt ist, da würde vielleicht W-T-F-I-S-C stehen. Also, das ist halt doppelt und dreifach witzig, weil, also erstmal die Folge erinnert natürlich auch stark an CSI, diese Suche, diese Krimi-Suche nach dem Täter. Einfach mega witzig, wobei ich auch sagen muss, in dem However ist noch so ein P reingerutscht. Das ist ein Tipper, ne? Und ich glaube, das ist ein Tippfehler, also es ist However eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Post passiert ist. Ich weiß nicht, ob die selber den Text eingegeben haben oder wie das funktioniert, wenn die das machen, ob die quasi so eine Schrift haben, die dann reinkopieren oder ob da dann irgendwas schiefgegangen ist. Aber ja, da ist auf jeden Fall ein P zu viel. Ja, also, das ist wirklich... Das macht's dann halt auch nicht einfacher, das zu übersetzen, wenn man dann denkt so, hä, ist das ein P? Genau, weil ich war auch bei dem, also bei dem Interpret war ich erst bei Internet. Ich dachte, da würde Internet stehen und dann, ah, cool, das haben die extra das Internet blablabla gemacht. Und bei dem H-O-P-W, welches Wort soll das denn sein? Und dann kehren wir, jetzt kommen wir wieder zurück in den dritten Akt, wir verlassen wieder diese Jagd und diese Stadt, weil das haben wir jetzt geklärt, wir haben diesen Twist hin zum dritten Akt, das nennt man so einen kleinen, so einen Pinchpoint nennt man das, und wir gehen zurück in den Matrixraum, weil jetzt werden wir den ersten Akt spiegeln, nur andersrum. Kommissioner Hellgate hat die Druiden nämlich mit Absicht umprogrammiert und Din und Bo-Katan wollen ihn daraufhin mitnehmen, aber er droht ihnen mit einem Druck auf den Failsafe-Knopf, alle Druiden in der Stadt wieder zurück auf ihre alte Programmierung zu bringen, dass quasi alle Druiden wieder Kampf-Druiden werden und dann ein Massaker anrichten. Das ist nicht sehr klug, so einen Knopf zu haben. So einen Knopf. Ja, genauso wie in Episode 1 ein Schiff zu haben, wo alle Druiden von gesteuert werden, und wenn das kaputt ist, dann sind die auch alle außer Gefecht gesetzt. Damit macht man sich so im Schreibprozess sehr einfach, aber ja. Kommissioner Hellgate ist nämlich ein OG-Separatist der allerersten Stunde. Sehr cool, ja. Weil er sich weder dem Imperium noch der Neuen Republik gebeugt hat. Ja. Das fand ich als Element ziemlich cool. Und er sagte, Count Dooku war ein Visionär. Ja, und hätte mal ihm jemand gesagt, dass dieser Count Dooku eigentlich ein Sith-Lord ist, der quasi auch an der Zerstörung auch der Separatisten-Mitarbeiter, dann hätte er vielleicht auch mal anders über ihn gedacht. Und er behauptet ja auch, die Demokratie zu fördern. Ja. Aber das ist natürlich alles Bullshit. Klar. Und dieser große spannende Moment ist relativ schnell abgehakt, weil Bo-Katan mit einem Dart, einem Standard ihn außer Gefecht setzt. Und einfach so ganz trocken sagt, Politics. Was ich sehr witzig fand. Politik. Ja. Und dann gehen wir zurück in den Hohen Senat. So hab ich's mal genannt. Sie spielen ein Spiel mit Käfern. Das ist auch, das wirkt irgendwie auch so wie so ein Spiel, das auf anderen Welten verboten ist oder so. Also ich finde, das hatte so einen ganz weirden, nicht so ethisch korrekten Vibe. Wie heißt denn dieses Spiel mit dem, mit dem, mit den Hämmern? Mit dem Krokodil? Nee, mit den Hämmern, das spielt man mit so einem Hammer und einem Ball und den Schieß spielt man auch so durch so Ringe. Ich denke an Polo, aber es ist nicht Polo, es ist ja mit Pferden. Oh, das ist Star Wars Quidditch. Ja, vielleicht. Spiel mit Hammer und Ball, muss ich mal kurz rufen. Spiel mit Hammer und Ball? Ja, Spiel mit Hammer und Ball. Kroket ist es. Kroket. Es ist Kroket, genau. Also es ist quasi so ein Space Kroket. Spiel mit, kennst du das nicht? Du hast so, so, so Dinger, da musst du Bälle durchschlagen und du, und du, und du spielst mit einem Ball. Das macht, äh, mit einem Hammer schlägst du. Das macht echt Spaß. Ist das auch so ein Profisport? Sicherlich, aber ich glaube, das ist eher. Aber ich finde, das, was ich gesehen habe, das sieht aus wie so ein Spiel, das sich so ein Kind überlegt hat. Das stimmt, ist allerdings aus dem, also es gab es schon im 16. Jahrhundert und es so, eines der typischen Freizeitvergnügen des französischen Mittelstandes. Steht ja auf Wikipedia. Passt ja nicht. Aber es wirkt auf jeden Fall auch so wie so ein Spiel, das nur Adelige spielen und Adelige spielen können. Und auf jeden Fall hilft Grogu der Herzogin mit der Macht für einen Quadro-Treffer. Was scheinbar krass ist. Ja. Und dann bringen Bo-Katan und Din, also ich muss auch kurz sagen, Grogu ist ein Schummler. Ein kleiner Tüter. Auf jeden Fall, ja. Der lässt sich mit Essen bestechen und ich habe schon mal gesagt, glaube ich, letzte Folge, dass der eigentlich stellenweise echt ein ganz schöner Duschbeck ist. Auf jeden Fall. Bo-Katan und Din bringen Hellgate rein und, ne, weil jetzt alles sehr schnell gehen muss, weil wir ja Richtung Folgenende gehen, gesteht er einfach direkt alles. Also klar haben die Beweise, aber das geht gerade alles irgendwie so sehr schnell. Das wird alles sehr schnell abgefrühstückt. Und ich finde so dieses Anfangsversprechen der Folge, dass es hier irgendwie so eine super düstere Verschwörung gibt, dass das Paradies nur Schein ist und dass auch dieses Paar hier das ganz faustdick hinter den Ohren hat, das wird alles nicht eingehalten. Stattdessen ist so der einzige Grund für diesen Verrat von Hellgate. Also er argumentiert, ja, ich mag Jack Black nicht. Ja. Und das Ding ist auch, dass er dann so super schnell Reue zeigt, hatte ich das Gefühl. Ja. Dass das irgendwie alles super, super einfach für die Katz war. Ja. Und ich meine, bei so Sätzen wie, ich bin enttäuscht von Ihnen, Commissioner, aber Captain Bombardier ist die Liebe meines Lebens. Und ich weiß es von Grund auf ehrlich. Sicher, er hat in seiner Vergangenheit Fehler gemacht. Aber wer von uns hat das nicht? Ist nicht ein klein wenig Raum für Vergebung in einer so großen Galaxis? Ey, das hätte mich auch überzeugt, von Böse zu gut zu kommen. Das war für mich vielleicht sogar das krasseste Lowlight dieser Folge. Also das war wirklich eine wahnsinnig schlechte Rede. Schlecht geschrieben, schlecht gespielt. Ähm, oh, ich fand das furchtbar. Ich fand das wirklich furchtbar. Sorry. Weißt du, wie das war? Das war wie so eine, wie so eine Werbung von irgend so, also was, was so wirklich so, so pathetisch, pathetisch triefig wirken. Das ist so plump, dass man sich denkt, ah, okay, was, was meint sie eigentlich wirklich? Ja, weil eigentlich so, so guter Dialog hat auch Subtext. Also du sagst zwar A, meinst aber B und das wird dem Publikum irgendwie klar, ohne dass es ausgesprochen wird. Aber sie sagt A und meint A. Ja. Das ist super plump. Und ja. Ich hab mir auch extra diese Sätze aufgeschrieben, weil ich mich da, weil ich mich die so mitgenommen habe. Ja. Bis mich das auch überzeugt hat, so mein Leben nochmals überdenken, Alper. Ja. Schön. Äh, Jack Black nennt, äh, Hellgate ja auch widerwärtig oder so. Und dann sagt, äh, Hellgate, da nennt also ein Quakta ein Stifling schleimig. Ja, das haben wir auch schon mal in Staffel 2 gehabt. Ja, diese, äh, Staffel 2 in Mandalorian, das sagt Boba Fett. Oder auch, äh, in Book of Boba Fett sagt es Cat Bane zu Boba Fett. Nee, doch. Nee, nicht zu Boba Fett. Wer, gegen wem, wem steht er denn nochmal gegenüber Cat Bane, Ende Staffel 2? Äh, Ende Book of Boba Fett. Ist es Boba Fett? Also, ja, auf jeden Fall, aber der kämpft ja auch noch gegen diesen, diesen Marshal-Sheriff. Ja, stimmt. Ja, sowas. Ja. Gut. Also, ja, ich mein, Hellgate entschuldigt sich dann auch und damit ist dann einfach die Sache gegessen. Ja, vor allem, es gibt ja auch keinen Prozess oder sowas. Ihr werdet einfach direkt auf den Mond von Paracat, äh, so, äh, in der direkten Demokratie. Ja, direkt hier Strafe ohne, ohne Verhandlung. Ja, ja, so, ne, so viel dazu. Äh, vor allem, das wird alles so einfach so hin, sich so zurechtgebogen, wie es gerade passt. Und ja, ist jetzt dritter Akt, wir müssen zum Ende. Schnell, 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 ja, und, äh, äh. Ja, wir müssen jetzt noch die Sache erzählen, die wir eigentlich mit der Folge erzählen wollen. Ja, ich war's, sorry, ja, es tut mir leid, ja, okay, ich geh zum Mond. Das ist wie so ein schlechtes Videospiel. So, Quest erledigt, jetzt gibt's so einen Dialog, um das abzuhandeln. Und das ist halt einfach, ich find das wirklich schlecht, muss ich sagen. Wie gesagt, deshalb hat sich doch alles, auch wie das alles dargestellt wurde, hat sich das für mich wie ein SNL-Sketch angefühlt. Ja, ja, total. Absolut. Also, die sich gerade drüber lustig machen, über Star Wars. Ja, absolut, das wird wie eine Parodie. Ja, ja. Er soll dann ins Exil auf den Mond von Paracat. Und ich hab mal geguckt, was Paracat ist. Und Paracat, anders geschrieben, ist ein Herbizid und in einigen Ländern verboten. Oh, krass. Sie dürfen jetzt aber mit den Mandalorianern sprechen. Nee, Moment, das Beste ist noch, das haben wir ja gar nicht gesagt. Was? Der Schlüssel und der Ritter wurde, ja, das kommt ja jetzt. Achso, ich hab gedacht, du willst mit den Mandalorianern sprechen. Und bekommen den Schlüssel für den Kursier, was ich halt auch einfach, also ... Also, für mich wirkt das so, das ist wie, das soll nicht despektiert klingen, aber das klingt wie so Lokalzeitung. Ja, ja. Du hast den Schlüssel der Stadt verliehen bekommen. Ja. Und Grogu bekommt die Ritterwürde. Warum? Weil er ihr beim Schummeln geholfen hat? Ja. Weil er süß ist? Er ist jetzt ein Ritter des alten Ordens der unabhängigen Regentschaften. Oder auch, wie ich's nennen würde, ein Ritter von Glabschitto. Kennst du noch Glabschitto? Äh, ja, das war doch was, was ... Ach, das hatten wir letztes Mal, glaub ich, schon in den Folgen gesprochen. Das ist einfach so was, was erfunden ist. Guck mal, da ist Glabschitto. Das ist halt das, was Mandalorian und auch Dave Filoni so gerne machen. So Figuren aus anderen Sachen einfach da so reinzupacken. Und dann so, ach, guck mal, das ist der. Ach, guck mal, das ist Cad Bane. Ach, guck mal, das ist Ahsoka. Ach, guck mal, das ist der und der. Und das ist halt ... Der Gag ist halt, dass man das überspitzt und sagt, ach, guck mal, da ist Glabschitto. Ja. Ich mein, die Folge war eher so, ey, guck mal, da ist Jack Black. Ey, guck mal, da ist Lizzo. Ey, guck mal, da ist Christopher Lloyd. Ja. Ja, aber, ne, Grogu wird Ritter des alten Ordens der unabhängigen Regentschaften. Ja. Interessant. Absolut. Will ich nicht werden, wenn man dafür nix tun muss. Dann, ne, wir gehen ja weiter. Wir sind wieder im Hyperloop. Das war ja quasi so die, ne, somit hat's ja begonnen mit dieser Reise nach in diese Kuppelstadt. Und jetzt geht die Reise aus der Kuppelstadt raus. Ja. Bo-Katan sagt noch mal, dass X jetzt der Anführer ist. Und wir haben mit X und mit Koska begonnen und enden die Folge jetzt auch wieder mit X und Koska. Hast du gesehen, dass zwei Mandalorianer Ball spielen? Nee. Das ist nicht so, so einen Ball zu werfen. Habe ich nicht gesehen, nee. Das ist so Mandalorian-Football. Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, sieht man auch noch ganz kurz in der Totale. Warum werden die immer wieder ... Ach, egal. Warum werden die ... Weil doch, als die da so wild aufs Wasser schießen auf diesen Strandplaneten, da dachte ich mir auch, was sind das für Rednecks? Und jetzt werfen die ... Das wirkte wie so eine Tailgate-Party in den Südstaaten in den USA. Wo man so Pickups hinstellt oder ein Auto, ein Geländewagen, was auch immer, Kofferraum aufmacht und da einen Grill aufbaut, einen Tisch und so was. Das ist eine Tailgate-Party. Stimmt. So hat sich das hier angefühlt. Vor allem, wenn die auch den Stockball so hin und her werfen. Ja, und da sitzt sie auch auf so einem Dings und trinkt so ganz genüsslich aus seinem Behältnis. Warum, seit wann sind Mandalorians so Rednecks? Egal. Ähm, genau, sie alle tragen ja aber auch blaue Rüstungen, so in Anlehnung an die Death Watch und die Night Owls. Und Bo-Katan fordert ihre Flotte zurück, aber X argumentiert natürlich dagegen. Und Bo-Katan fordert X heraus und X nimmt an. Ja. Und dann folgt ein Kampf, bei dem ich sagen muss, sie benutzen das ganze Arsenal an Waffen, das sie so haben. Und ich fand die Choreo, diese Kampfchoreo, erstaunlich cool. Ja, ich fand ... Ich hätte dieser Kampf echt Bock gemacht. Ja, dieser eine Move hat mir richtig gut gefallen, wie Bo-Katan von dem Raumschiff runtergekickt wird. Mhm. Trotzdem noch aber ihre Grapple-Gun quasi so nimmt und ihn mit runterzieht. Ja, absolut. Also, Kampfchoreos haben die schon teilweise ziemlich gut drauf. Und wir haben auch gestern mal drüber geschrieben, so generell, dass du das auch ein bisschen lächerlich fandst, wie wenig Leute in Navarro zum Beispiel sind. Ja. Aber andererseits so die ganzen Dogfights und so was in den ganzen Folgen sind einfach saukul. Also, die Dogfights in dieser Staffel sind wirklich der Hammer. Genau. Aber er weigert sich, also X weigert sich aufzugeben. Sie tötet ihn nicht und sagt noch, es wurde genug mandalorianisches Blut vergossen. Mandalorians are stronger together. Mandalorians strong together. Genau daran hab ich auch gedacht. Affen zusammen stark. Planeter Affen, die Prequels. Ja. Ich liebe diese Filmreihe. Ich auch, ich auch. Ich find die fantastisch. Aber, ähm ... Übrigens, in dem Soundtrack von dem Kampf hört man auch immer mal wieder so vereinzelt so einen Soundeffekt von diesem Alarmsound von Imperium. Dieses ... Ja. Aber das ist auch so eine Sache, die mich stört an dieser gesamten Staffel. Ludwig Göransson ist nicht dabei. Es existiert, glaube ich, kaum neue Musik für diese Staffel. Es wird sehr viel wiederverwendet aus den vorherigen Staffeln. Und mich stört das teilweise. Also, ich find die Musik und wie sie eingesetzt wird in dieser Staffel teilweise echt erstaunlich schwach. Mhm. Und es gibt wenig diese ... What? Also, wenig diese epochalen Momente. Und deswegen find ich das auch so ein Grund mit dafür, warum sich diese Staffel so ein bisschen dahin, so vor sich her dümpelt. Aber dazu können wir ja gleich noch kommen. Ich glaub, das Problem ist auch, dass wir jetzt generell mit allem, auch mit dem Soundtrack versaut sind von Andor. Ja, ja, das stimmt. X weist Bo-Katan darauf hin, dass der Ausgestoßene, nämlich Din Djarin, das Dunkelschwert trägt. Und Din sagt, dass Bo-Katan das Dunkelschwert haben kann, dass ihr das gehört. Denn, er sagt, ich zitiere nicht genau, aber ungefähr, ich war in Gefangenschaft, dieses Schwert wurde mir abgenommen. Sie rettete mich und tötete meinen Widersacher. Sie hat den Feind besiegt, der mich besiegt hat. Das ist aber, ich find so dieses Timing, wie ihr es das übergibt, das ist viel zu convenient. Ich mein, er hätte ihr es direkt danach schon geben können. Aber sie haben jetzt halt so lange damit gewartet, bis es wichtig wurde. Also, es wirkt auch für mich lachhaft. Also, ja, es ist schön gelöst, weil man sich ja schon gefragt hat, wie kriegt Bo-Katan das Dunkelschwert? Die muss ja dann gegen Din kämpfen. Wird es zu einem Kampf zwischen den beiden kommen? Das war ja das Spannende. Natürlich. Das hat sich jeder doch gedacht, nach Staffel 2, nach dem Finale. Das wäre so spannend gewesen. Absolut. Und jetzt ist es aber halt so eine Formalität. Ja. Es ist so eine Formalität. Es ist wie so ein Anwalt, der sagt, ja, aber da im Kleingedruckten steht das und das. Das Problem ist, ist, dass wann hat dieses Augenmonster in Folge 2 Din denn überhaupt besiegt? Also, ja, er hat den ausgetrickst und gefangen genommen, aber er hat ihn doch nicht besiegt. Also, das ist doch völlig lächerlich. Also, das ist ja auch völlig lachhaft. Also, der wurde, also, das ist doch Quatsch. Der hat den einfach gefangen genommen. Das war auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, wie so ein Anwalt das sagt. Ich mein, Ex-Wolfs wirkt auch so, als dann, als, äh, Din zu ihm sagt, ja, dann gehört das ja ihr oder nicht. Ja. Und das wirkt auch so, so, ja, das ist schon recht, aber das ist halt mega lame, was du mir gerade erzählst. Also, es ist ja, es ist wahnsinnig unspektakulär. Also, es wurde ja auch, finde ich, so in Staffel 2 und so angedeutet, dass das Dunkelschwert in Dins Leben jetzt auch eine große Rolle spielen wird. Man hätte ja denken können, dass er lernt, es zu benutzen. Und in Book of Boba Fett wurde dieses Dunkelschwert ja auch noch krass aufgebauscht und ein Riesending draus gemacht. Und jetzt gibt es ihr so, hier, nimm, es war, du hast ja den Typen da besiegt. Es fühlt sich nicht verdient an. Nee, absolut nicht. Und ja, ich verstehe schon, dass so wahrscheinlich, weiß nicht, ob John Favreau sich denkt, irgendwie, aha, jetzt überrasche ich alle. Alle erwarten diesen großen Kampf und ich mach das aber ganz anders, ohne die beiden gegeneinander zu stellen. Ähm, das ist wie dieses Subword Expectations von Staffel 8 Game of Thrones. Ich finde, nur weil es irgendwie überraschend ist oder anders gedacht ist, als man es vielleicht ursprünglich gedacht hat, ist es nicht gleich gut. Weil du hast ja diesen riesigen Konflikt angedeutet und wenn du das dann irgendwie einfach so mit so einer kleinen Mini-Kack-Szene dann so anders erzählst, ist es nicht gleich gut. Ich finde es sogar wahnsinnig schwach. Ja, du versprichst ja auch den Zuschauern, Zuschauerninnen was. Und wenn du das halt nicht einhältst, dann ist es halt trotzdem enttäuschend. Ja. Auch wenn es überraschend ist. Aber gut, damit bekommt Bo-Katan das Dunkelschwert und ist jetzt wieder die neue Anführerin der Mandalorianer-Innen. Ja, und das Ding, ich hab mir da auch gedacht so, wenn ihr eh schon alles so ein bisschen Larifari erzählt, warum sagt dann X-Wolves auf die Frage hin, das gehört ihr nicht? Er sagt ja, es gehört ihr. Er hätte sagen können, this is the way. Das wäre so viel cooler gewesen, auch wenn es nicht so viel Sinn ergeben hätte. Aber es wäre einfach viel cooler gewesen. Ja, oder er hätte gesagt, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? So, wem erzählt ihr das hier gerade? Ähm, ja, ich find's einfach wahnsinnig schwach. Ähm, ich mag eigentlich die Figur Bo-Katan. Ich mochte die auch schon in Clone Wars. Auch wenn ich mich frage, wie oft wollt ihr jetzt noch immer wieder dasselbe mit ihr erzählen? Dass sie Anführerin ist und doch nicht und dann wieder. Von wem wollen die eigentlich, hab ich mir auch gefragt, von wem wollen die eigentlich, warum machen die so ein Riesending draus? Wir müssen Mandalore zurückerobern. Von wem wollen die es zurückerobern? Von der Natur. Ja, eben. Also, dann mach das doch halt. Wenn die es nicht erobern, einfach zurücknehmen. Ja, ich versteh's nicht. Ihr braucht doch keine Armee dafür. Ihr braucht doch einfach nur so, weiß ich nicht, Zelte. Oder das Ding ist halt ... Ja, es ergibt keinen Sinn, aber vielleicht haben die halt Angst, wenn die jetzt wieder da hingehen und da anfangen, dass die halt denken, dass andere Leute vor ihnen Angst bekommen und einfach so einen Präventivschlag machen und alle dann auslöschen. Aber ja, ist schon richtig. Gut, dann kommt der Abspann. Ich fand noch interessant, in der Concept Art sind Droiden zu sehen, die in der Folge nicht zu sehen sind. Aber ansonsten. Ja. Sollen wir dazu übergehen, wie wir die Folge fanden? Genau. Schreibt ihr auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet? Ja. Und dann ... Soll ich loslegen? Möchtest du dann den Highlight machen als Host von dieser Folgenbesprechung? Okay, ja. Also, ich mag den zweiten Akt. Diese Roboterjagd, diese Droidenjagd, mochte ich eigentlich sehr. Ganz im Gegensatz dazu den ersten und dritten Akt. Ich mein, ich find's ja schon cool. Es spielt ja diese asimovschen Robotergesetze spielen ja in dieser Folge irgendwie eine Rolle. Also, das erste Gesetz heißt, ein Roboter darf Menschen nicht schädigen. Das zweite sagt, ein Roboter muss Menschen schützen. Und das dritte sagt, Roboter müssen sich selbst schützen. Und die sind priorisiert. Also, das zweite darfst du nur machen, wenn das erste dadurch nicht gebrochen wird. Und das dritte nur, wenn die ersten beiden nicht gebrochen wird. Also, ein Roboter darf sich nicht schützen, wenn er damit andere Menschen verletzt oder so was. Ja, genau. Genau, hier geht's ja auch so ein bisschen darum. Und man darf quasi auch einen Menschen nicht schützen, indem man einen anderen schädigt. Genau. Also, super spannend eigentlich. Auch dieses Filmnoirige. Ich fand die Folge an sich interessant. Also, es gibt sehr viel Fanservice, sehr viele Gimmicks. Also, es war eine Folge voller Gimmicks. Also, allein die Cameos mit Jack Black, Christopher Lawton, Lizzo. Dann auch die Kampfdroiden wiederzusehen. Ich finde, es hat sich angefühlt wie so eine Clone Wars-Folge, weil auch so bestimmte Clone Wars-Folgen einfach so sehr CSI-mäßig sind. Äh, die Folge ist kreativ und durchgedreht. Gleichzeitig so eine Filmnoir-Cyberpunk-Detektivgeschichte, wie sie im Buche steht. Klassische Muster aus den 40ern. So, der zweite Akt ist ein einziges Trope, wie man so schön sagt. Ähm, ja. Aber am Ende wird wieder alles irgendwie zurechtgebogen. Ich find's wahnsinnig schade, wie das, ähm, wie das überhaupt, diese, also, Dienst-Trauma überhaupt kein Thema mehr ist. Ich find, der gesamten Staffel fehlt so ein bisschen der rote Faden. Also, ja, ich versteh schon, worauf sie hinaus wollen. Also, Mando war anfangs alleine und baut sich jetzt eine Gesellschaft auf. Die Mandalorianer leben nicht mehr unter der Erde, sondern an der Oberfläche. Und jetzt das große Ziel ist, dass Mandalore zurückerobert wird. Aber mir fehlt auch so ein bisschen so das Drückende. Also, dass wirklich die Tiefe und wirklich dieses dramatische, so dieses gewisse Etwas, ähm, es ist sehr Case of the Week. Jede Woche muss immer noch irgendwie so ein neuer Quest aufgemacht werden. Und es ist, wie du gesagt hast, also, im Endeffekt war dieser gesamte, dieses gesamte Mittelding um diese Kuppelstadt herum, war ja auch einfach unnötig. Was ja, find ich, so am Anfang einer Staffel auch völlig legitim ist. Aber irgendwie gerade, es fehlt halt, dass es wirklich auf etwas Ernstes und Großes und Richtiges zuarbeitet. Ja, das wiederholt sich einfach zu oft. Ganz genau. Deswegen will da irgendwie nicht so richtig Spannung aufkommen. Also, gerade auch, es ist halt umso bitterer, wenn man halt so was wie Andor gesehen hat, was ja wirklich so die Crème de la Crème von Star Wars ist. Ähm, wo ja auch immer wieder so Storylines auf drei Folgen, ähm, angepeilt waren. Also, so jetzt mit allen drei Folgen immer wieder auch eine neue Storyline. Da hattest du halt sowohl die Abwechslung, als aber auch halt eine Geschichte und eine Figurenentwicklung, die dich wirklich interessiert und dranhält, die auch Gewicht hat. Weil, also, Mandalorian Staffel 3 hat gar kein Gewicht, finde ich. Ähm, ist so ein Wirrwarr an Storylines. Und dennoch finde ich halt vieles auch sehr geil inszeniert, wie die Dogfights oder hier auch den Schlusskampf, also Axe gegen, äh, Bo-Katan. Ähm, finde das aber einfach so ein bisschen zu dünn. Auch diese Folge, und ich frage mich jetzt auch noch, es sind jetzt nur noch zwei Folgen übrig, wo soll das Ganze hin? Ähm, und vergebe, für diese Folge machen wir Punkte? Ja. Soll ich's jetzt machen, meine Punktzahl? Ja, genau. Fünf von zehn. Okay. Also, ich hatte Anfang, ich hab ja eigentlich sechs von zehn stehen, aber ich geh jetzt auch in unserem Gespräch runter auf fünf von zehn. Okay. Ja, ich kann mich bei allem, was du gesagt hast, auf jeden Fall anschließen. Deshalb nur noch ein paar kurze Worte zu ein paar anderen Sachen. Äh, also, ich war halt insgesamt enttäuscht, weil diese Folge hätte man einfach in fünf Minuten erzählen können. Im Prinzip hat sich's angefühlt wie eine Filler-Episode, bis jetzt auf das, was am Ende passiert ist. Und alles, was mit der Suche nach diesen defekten Droiden, was cool inszeniert war, ähm, das hätte man alles rausnehmen können und, ähm, hätte trotzdem noch funktioniert. Ich hab einen witzigen Kommentar zugelesen, dass diese Folge so, dass, es gibt einen Sender in den USA, The CW, die machen so relativ trashige Superhelden-Verfilmungen von DC und so was. Und das sieht immer so, wenn man so eine Produktion sieht, weiß man, das ist das. Und das sieht immer gleich aus, sind ganz oft Detektivgeschichten. Und es hat so diesen, diesen billigen Look, dieses billige Feeling. Und das ist, diese Folge war so das, was am nächsten drankommt an diese Produktion von The CW. Ich find, die Cameos hätte man ... Arrowverse. Arrowverse, ja. Zum Beispiel. Die Cameos hätte man sich auf jeden Fall sparen können. Das waren halt auch drei Riesen-Cameos innerhalb von diesen 44 Minuten. Beziehungsweise, ich glaub, so netto waren das 39, 38, 39 Minuten. Und es hat sich halt auch eher angefühlt dadurch wie ein SNL-Sketch. Weil die halt auch alle nicht so ... Also, die ganzen Cameos waren für mich einfach so gewastet. Ich fand die Droidenbar, das fand ich cool als Element. Ich fand das Crawl und Schiff, fand ich cool. Und Kampfdroiden fand ich auch cool. Deshalb, mit dem, was du auch gesagt hast, ich würde dem ebenfalls fünf von zehn Punkten geben. Und ich hab auch gemerkt, so während der Folgenbesprechung, wo wir jetzt noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht haben, hat's mich noch ein bisschen mehr abgefuckt. Mich auch. Wir haben uns vielleicht ein bisschen in Rage geredet. Ja, aber ich find auch bei Folgenbesprechungen, ich find so, die Hochs werden höher und die Tiefs werden tiefer. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Ja, deshalb ... Bedauerlich. Ich bin gespannt, wie's dann nächste Woche weitergeht. Ja. Schaut euch jetzt noch weitere Videos an. Zum Beispiel gibt es einen neuen Funk-Kanal Feelings. Das ist so eine Coming-of-Age-Serie, die in einem fiktiven Dorf im Wald spielt. Und erzählt Geschichten über Freundschaft, Liebe, Selbstzweifel und die große Magie unserer Gefühle. Oder ihr schaut ein witziges Video an, das wir weitergemacht haben, Alper und ich. 42 Fragen an The Star Wars Holiday Special. Eine Kritik zu dem tollen Film. Das hat Spaß gemacht. Dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back. This is the way. I have spoken.